Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 103 vom 13. Juli 2018 und an die Mikrofonen begrüßen euch wie immer, wenn nicht gerade Sommerpause ist, Philipp Anse und Ulf Burmeier. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer im Prinzip wöchentlichen Betrachtung der Lage der Nation. Der Lage der Nation, wir versuchen an dieser Stelle natürlich so das Geschehen, das politische Geschehen hierzulande und auch ein bisschen in der Welt zusammenzufegen und wir begrüßen natürlich an der Stelle jetzt auch ein paar neue Zuhörer, Zuhörerinnen, denke ich. Wir sind ja so an einer anderen Stelle erwähnt worden und denke ich mal, dass das schon auch ein paar neue Leute hier in unserem Feed gespült hat. Das hat uns jetzt mitten in der Sommerpause erwischt, deswegen habt ihr eine Weile quasi nichts Neues hören können, jetzt sind wir zurück und deswegen nochmal an dieser Stelle, mein Name ist Philipp Anse, ich bin freier Journalist, arbeite vor allen Dingen für den Deutschlandfunk. Und Podcast Urgestein. Podcast, ja. Seit 2004? Fünf. Fünf machst du Podcast? Genau. Sehr schön. Und du? Ich bin Ulf Burmeier, ich bin Jurist von Haus aus, zur Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof in Berlin und außerdem Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also Jurist eigentlich im Staatsdienst, aber auch mit ehrenamtlichem Engagement in der Zivilgesellschaft. Genau, wir versuchen das wirklich wöchentlich zu machen, nehmen uns aber immer im Sommer mal eine gewisse Auszeit, weil wir natürlich auch Urlaub machen müssen und wollen, aber jetzt sind wir erstmal zurück, wir machen nochmal zwei Wochen Pause in Zukunft. Das werdet ihr dann mitkriegen, aber das war es dann sozusagen auch an Sommerpause. Wir haben es jetzt halt noch nicht hingekriegt, unsere Urlaube zu synchronisieren, das war ein bisschen zu viel. Ja, wir hatten letztes Jahr ja eine lange Sommerpause, zehn Wochen, diesmal haben wir jetzt vier oder fünf gemacht und machen dann nochmal zwei. Also jetzt kommen zwei Lagen und dann kommt Ende Juli, Anfang August nochmal eine kleine Pause, fallen zwei Folgen aus und dann sind wir aber wieder ganz normal zurück. Apropos Ankündigung, da hätten wir gerade noch eine gute Nachricht für diejenigen, die uns gerne mal live sehen möchten. Wir hatten vor der Sommerpause ja ein paar sehr, sehr schöne Live-Shows, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Es war einfach klasse mit euch, natürlich erstmal vor euch die Lage aufzunehmen, aber dann auch mit euch zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen, hinterher noch beim Bierchen, das war richtig schön. Und deswegen, wir haben ja gesagt, wir machen das ein bisschen weniger, das hat sich so ein bisschen massiert vor der Pause, aber eine Lage live haben wir noch in Planung und zwar auch für die Berlinerinnen und Berliner am 6. September abends um acht hier im Heimathafen Neukölln. Ein sehr, sehr schöner Saal in Berlin-Neukölln, wo ich mich sehr, sehr darauf freue, denn wir waren da schon ganz oft zu Gast bei verschiedenen Veranstaltungen, also quasi einfach als Zuschauer, waren auch einmal schon auf der Bühne bei so einem Sammel-Event und jetzt sind wir eingeladen worden, eine Lage live zu machen. Ja, am 6. September, wie gesagt, Tickets könnt ihr wie immer erstehen unter tickets.küchenstut.io, tickets.küchenstut.io. Kommen wir zum ersten Thema, das ist ein Thema, was ich in meinem Urlaub wirklich nur aus der Ferne und mit wachsendem, mit wachsender Verzweiflung und wachsender Entleerung auch betrachtet habe. Und ich habe das wirklich nicht, ich konnte, also ich wollte es nicht mitverfolgen, ich konnte es nicht und mir wurde schon bei quasi Studie der Headlines und zu diesem einmal, zweimal quer überfliegen wurde mir schlecht. Ja, das kann ich gut verstehen und ganz ehrlich, ich würde auch sagen, unterm Strich war die Sommerpause genau zur richtigen Zeit, denn das quasi so im Mikrodetail zu berichten, was da sich die, insbesondere ja die Führungsleute in der Union geleistet haben über zwei, drei Wochen, das war so absurd. Ich glaube, da wird man auch als Journalist verrückt, du sagtest ja, du hast auch mit Kollegen gesprochen, die alle den Kopf geschüttelt haben. Ich habe ja nicht nur Kopf geschüttelt, sondern die wirklich auch gesagt haben, ich kann gerade keine Zeitung mehr lesen, ich kann, ich halte das nicht aus. Und noch schlimmer, wenn man darüber schreiben muss oder darüber senden muss. Ich kann es nicht, das macht, das saugt mich aus, das raubt mir Energie, es frustriert mich und mir geht es besser physisch, wenn ich mir das nicht antue. Kann ich verstehen, ja. Aber trotzdem hilft es nichts. Es hilft nichts und das ist jetzt sozusagen ein guter Zeitpunkt, jetzt wo sozusagen alle erschöpft in der Ecke liegen, ich habe immer so ein Bild vor Augen, so Merkel und Seehofer, weißt du, in so einem Boxring. Hängen beide in den Seilen, hängen beide in den Seilen, völlig blutig geschlagen und Seehofer hält so einen halben Keks hoch und sagt, gewonnen, weißt du, ich habe es. Ich habe den Keks, den halben Keks, aber mit echter Schokolade. Also so, das ist so das Bild, das ist die Situation, wie sie es sich gerade darstellt und klar, wir kommen nicht drum rum, wir müssen das behandeln und in dieser Stelle jetzt sozusagen nach der Sommerpause, nachdem es jetzt drei, vier Wochen gelaufen ist, glaube ich, müssen wir einmal die Fakten zusammenkehren und unser Fazit. Genau. Was ist eigentlich passiert? Wir haben uns überlegt, wir machen mal so eine kleine Chronologie des Ablaufs und versuchen das dann danach zu bewerten. Das ist für die neuen Hörerinnen und Hörer immer so unsere Grundstruktur. Wir tragen erst die Fakten zusammen und versuchen dann darüber zu reden, wie wir das bewerten, wie man das sehen kann. Was ist eigentlich so passiert in dieser Flüchtlingskrise in der Union? Zunächst mal ist das Ganze losgegangen mit einem, mit Horst Seehofer, Bundesminister des Inneren und für Heimat, der einen 63-Punkte-Plan zur Flüchtlingspolitik vorgelegt hat. Er hat ihn ja nicht vorgelegt, ne? Vorgelegt, aber niemandem gezeigt. Das war der Witz. Er hat gesagt, ich habe da was, hat das so in die Kameras gehalten, aber niemandem gesagt, was drinsteht so richtig. Aber eins ist ziemlich schnell durchgesickert und das war quasi so der zentrale Punkt, um den es dann wochenlang ging. Horst Seehofer möchte bestimmte Migrantinnen und Migranten schon an der deutschen Grenze zurückweisen lassen. Ja, ganz kurz. Also was ich noch so mitgekriegt habe, ist, dass ja selbst das CSU-Präsidium diesen Plan zugestimmt hat, ohne ihn gelesen zu haben. Ja, das ist völlig absurd. Horst Seehofer hatte da so einen Plan ausgeheckt und hat da mit Politik gemacht, wochenlang, ohne ihn irgendwem zu zeigen. Also das ist eine dieser vielen Absurditäten. Das war ein so ein Ding, wo dann auch der CSU-Mann Generalsekretär in irgendeiner Talkshow stand und dabei rauskam, er hat zugestimmt, aber er hat es nicht gelesen. Und alle so, wie, sie haben es nicht gelesen? Ja, nee. Das ist total geheim alles. So, okay. Also dieser Plan, der existierte, niemand kannte ihn so richtig, aber es sind so ein paar Sachen durchgesickert. Genau, also inzwischen ist er auch öffentlich, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf, aber jedenfalls lange war er nicht bekannt. Ein zentraler Punkt ist durchgesickert, eben diese Idee mit der Zurückweisung bestimmter Migrantinnen und Migranten an der deutschen Grenze. Hintergrund ist, dass Deutschland tatsächlich ja nicht alle Leute ins Land lassen muss wahrscheinlich, sondern für bestimmte Migrantinnen und Migranten ist nach bestimmten EU-Regelungen einfach ein anderes EU-Land zuständig. Und Horst Seehofer hatte die Idee, diese Leute gar nicht erst ins Land zu lassen. Eigentlich ist die EU-Regelung, dass man die ins Land lässt, dann prüft, wer ist eigentlich zuständig und sie dann in Absprache mit dem anderen Land zurückschickt. Das wollte Horst Seehofer quasi so ein bisschen abkürzen und leichte Grenzen zumachen, was aber natürlich auch voraussetzt, überhaupt Grenzkontrollen einzuführen, auch nicht so einfach im Schengen-Raum. Angela Merkel jedenfalls fand diese Idee gar nicht gut und hat gesagt, jein. Sie sagt, was sie auf jeden Fall möchte ist, dass solche Zurückweisungen nicht einseitig geschehen, nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern und vor allem auch nicht zulasten Dritter. Also Angela Merkel hat in dieser Diskussion eine ganz klar europäische Position bezogen und hat gesagt, wir machen hier keine deutschnationalen Alleingänge. Sie hat quasi nicht den Trump gemacht, sondern sie hat gesagt, nicht irgendwie Germany first, sondern sie hat gesagt, wir behandeln dieses Problem weiter als ein europäisches Problem. Und der Alleingang hätte darin bestanden, dass man die Grenzen hätte dicht machen müssen, dass man die Leute hätte zurückschicken müssen. Was hätte das bedeutet? Auf Deutsch, wenn man jetzt zum Beispiel an der bayerisch-österreichischen Grenze einfach mal alles zumacht und bestimmte Leute nicht reinlässt, dann hätten sich im Zweifel so Camps gebildet auf der österreichischen Seite. Was sollen die Leute auch machen? Ja, wenn sie nach Deutschland nicht reinkommen, hätten sie halt in Österreich irgendwo kampiert. Wie das dann ausschaut, kann man sich ja in Calais angucken, also in Frankreich, wo die Leute, die es bis Frankreich geschafft haben, aber eigentlich nach Großbritannien wollen und dann irgendwie nicht über den Kanal kommen, nicht durch den Tunnel, nicht übers Meer. Die sitzen dann eben rund um Calais auf irgendwelchen Wiesen und bauen solche Camps und die hören auf den interessanten Namen Dschungel. Und dann hat die CSU auf Eskalationsmodus geschaltet. Also Merkel hat gesagt, nee, wir machen das nicht so einseitig und ihr Innenminister, also quasi in ihrem eigenen Kabinett, eigenes Regierungsmitglied, hat gesagt, ich lasse mir das nicht vorschreiben von der Frau. Ich habe sie in die Regierung gebracht, ich lasse mir da nichts erzählen und er droht also, diese Grenzschließung einfach anzuordnen und diese zurückweisen. Dazu muss man sagen, formal kann er das, er ist als Bundesinnenminister quasi der Dienstvorgesetzte der Bundespolizei, die eben ja quasi der ehemalige Bundesgrenzschutz, die also heute zuständig ist für die Kontrollen an der Grenze. Und außerdem ist Horst Seehofer natürlich mittelbar über seine Connections mit der CSU auch eng verdraht mit der bayerischen Polizei, die dabei Unterstützungsdienste leisten soll. Die hat jetzt sogar schon eine eigene Grenzschutztruppe wieder aufgestellt. Mit anderen Worten, Seehofer hat gesagt, Angela hin oder her, ich ziehe das einfach durch und Angela Merkel hat dann gesagt, nein, ich bin hier Bundeskanzlerin, ich habe die sogenannte Richtlinienkompetenz, ich gebe also die zentralen Fragen der Politik vor. Und sie sagt, diese Richtlinienkompetenz umfasst auch die Frage, ob wir einseitig die Grenzen zumachen und das hat sie zwar nicht so deutlich gesagt, aber das wurde allgemein aufgefasst als eine indirekte Drohung, Horst Seehofer als Bundesinnenminister zu entlassen, sollte er entgegen den Vorstellungen von Angela Merkel diese Grenzschließung und Zurückweisung anordnen. Und dann hat Seehofer aber quasi, ja, sagen wir mal, es gab dann seinen Aufschub dieses Problems, in dem Seehofer gesagt hat, ja, okay, von mir aus suchen wir eine EU-Regelung, aber die muss wirkungsgleich sein mit meinen Vorschlägen. Genau, da hat das Problem einfach versucht, so ein bisschen zu entschärfen, indem man einfach gesagt, hey, super praktisch, da ist doch in ein paar Tagen sowieso ein EU-Gipfel, Angela Merkel wollte eh eine europäische Lösung, also hat sie gesagt, bleib doch mal locker, lieber Horst, wir schauen mal, was wir so auf europäischer Ebene eigentlich machen können und möglicherweise müssen wir dann ja gar keine unilateralen, einseitigen deutschen Maßnahmen mehr ergreifen, Aber Horst Seehofer hat die Latte für solche europäischen Lösungen total hochgehängt. Er hat von vornherein gesagt, dass die Ergebnisse dieses EU-Gipfels wirkungsgleich sein müssen mit einer Zurückweisung an der deutschen Grenze. Und was kam dann bei diesem Gipfel raus? Das ist sehr schwierig zu sagen, wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig viel für dieses konkrete Problem Zurückweisung an der Grenze. Auf der anderen Seite merkt man aber sehr deutlich, dass nicht zuletzt unter dem Druck, denke ich, von Horst Seehofer und damit natürlich auch letztlich auch auf Druck von Angela Merkel, die wiederum innenpolitisch unter Druck stand, die EU-Staaten ihren Kurs in der Flüchtlingsthematik generell schon deutlich verschärft haben. Insbesondere sollen EU-Staaten freiwillig Asylzentren einrichten, also Camps, wo also Migrantinnen und Migranten konzentriert werden sollen. Und ganz wichtig, die EU spricht sich ausdrücklich aus für Aufnahmelager in Nordafrika für Menschen, die aus dem Mittelmeer gefischt werden. Das heißt, das sind diese, wie heißt das, Ausschiffungsplattformen oder wie? Ja, Ausschiffungszentren gab es da. Also es gab ganz verschiedene Begriffe, die da so in der Diskussion eine Rolle gespielt haben. Die grundsätzliche Idee ist, bislang gibt es ja sehr viele Menschen, die irgendwie auf wackeligen Booten und Schiffchen übers Mittelmeer setzen. Manche kommen direkt in Italien an oder in Griechenland zum Beispiel. Manche leiden auch Schiffbruch, müssen dann gerettet werden und unfassbar viele ertrinken auch dabei. Und es geht vor allem um die Menschen, die eben gerettet werden aus dem Mittelmeer, von sinkenden Schiffen oder direkt aus dem Wasser, dass man die nicht mehr nach Europa bringt, nach Italien, nach Spanien oder wohin auch immer, sondern dass man die quasi zurückbringt nach Nordafrika, wo sie herkommen und dort in einem Camp einsperrt, bis über ihr Asylbegehren entschieden ist. Das ist die Idee. Und der dritte, also das soll also quasi den Migrationsdruck von Italien insbesondere nehmen, das ist ja sehr deutlich geklagt über eine Überlastung. Und schließlich hat Angela Merkel auf diesem EU-Gipfel noch ein Abkommen mit Griechenland und Spanien erreicht. Also ein Abkommen ist noch nicht richtig fixiert, aber so eine grundsätzliche Einigung, dass Griechenland und Spanien Flüchtlinge zurücknehmen aus Deutschland, die nach den EU-Regeln eigentlich dort ja Asylverfahren durchlaufen müssten. So, das sind die Regelungen. Aber dann hat sie doch eigentlich viel mehr erreicht als Seehofer in seinen Plan geschrieben. Ja, ich würde sagen, sie hat andere Dinge erreicht. Also man muss natürlich schon sehen, sie hat nicht unmittelbar dafür gesorgt, dass kein Mensch mehr nach Deutschland reinkommt, wo ein anderes EU-Land zuständig ist für das Asylverfahren. Das hat sie ziemlich deutlich nicht erreicht auf dem Gipfel. Sie hat aber andere Maßnahmen erreicht, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dafür führen werden, insbesondere diese Lager in Nordafrika, dass einfach generell weniger Menschen in Europa ankommen. Also insbesondere weniger Menschen in Italien ankommen, die dann nach Norden weiterziehen. Das war ja jetzt ja auch Thema auf dem Treffen der Innenminister in Wien, glaube ich. Da war ja auch der Tenor grenzendicht. Das ist ganz klar die Richtung gewesen. Seehofer hat sich gefreut, der österreichische Innenminister hat sich da groß gefeiert, weil er alle quasi mehr oder weniger eingeschworen hat, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Aber die sich alle hinter diese neue Strategie oder gegen diese Strategie gestellt haben, wir machen die Grenzen dicht. Wir rüsten die Grenztruppen auf, die europäischen und sehen zu, dass die Leute eben, wenn sie übers Mittelmeer kommen und abgefangen werden, nicht in die EU reinkommen, sondern zurückgeschifft sind. Und da muss man natürlich klar sagen, wenn man jetzt schon Lager in Nordafrika baut, wo Menschen das Asylverfahren durchlaufen sollen, dann ist sicherlich die Aufnahme von Menschen, die aus dem Mittelmeer gefischt werden, zunächst mal nur der erste Schritt. Also damit fängt man jetzt mal an. Aber ich meine, das lässt sich ja sehr schnell weiterdenken. Wenn man solche Camps dort erstmal eingerichtet hat, was hindert einen denn dann eigentlich Menschen auch aus Deutschland wieder nach Afrika zu fliegen und dort quasi ihr Verfahren quasi abzuwarten? Das ist aus meiner Sicht der logische nächste Schritt. Damit würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass ich das fordere. Ja, verstehe mich nicht falsch. Aber das wird dann die nächste Forderung der AfD sein. Da werden wir doch schon diese schönen Camps haben. Warum sollen die Leute denn dann, keine Ahnung, in Bamberg in einem Aufnahmelager sitzen oder in so einem Ankerzentrum, Stichwort Ankerzentrum, wo ja die Asylverfahren konzentriert werden sollen. Warum soll man denn das dann nicht einfach gleich in Afrika durchführen? Okay, also jetzt kam Merkel zurück, hatte dieses Ergebnis und Seehofer sagt, reicht nicht. Genau, das war wunderschön. Man sah sofort so diese Analyse, wie da so die verschiedenen Richtungen gegeneinander ging. Merkel sagt, es ist mehr als wirkungsgleich, was sie erreicht hat. Was, wie gesagt, mit den Gründen, die wir gerade genannt haben, auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Seehofer hat aber mehr so diese Mikroperspektive, deutsche Grenze, eingenommen und sagt, reicht nicht. Und daraufhin war quasi die Krise, die man versuchte, in diesen zwei Wochen zu vertagen, wieder voll entflammt, voll aufgeflammt. Es gab diverse Krisensitzungen ohne Ergebnis und es stand offensichtlich zwischendurch mal spitz auf Knopf. Es gab getrennte Sitzungen der Unionsabgeordneten, also CDU-Abgeordnete und CSU-Abgeordnete im Bundestag, die eigentlich eine Fraktion bilden, haben getrennt getagt. Was schon so als erster Schritt gesehen wurde hin zu einer Aufspaltung der Unionsfraktion. Und letztlich ging es dann so weit, dass Horst Seehofer seinen Rücktritt angeboten hat. Das hieß also, ich saß irgendwie sonntagabends spät im Bus und hörte und dann kam irgendwie die Push-Nachricht, Seehofer tritt zurück. Und von diesem Rücktritt ist er dann aber unwesentlich später wieder zurückgetreten, denn es kam dann doch noch gerade so zu einer Einigung in der Union, in einer späten Nachtsitzung am Sonntagabend. Genau, ich glaube hier Schäuble hat auch noch quasi so eine Familientherapie gemacht, so eine Paarberatung zwischen Seehofer und Merkel hat er sich dann noch eingeschaltet und es gibt ja so geile Fotos, wo Merkel so dermaßen abgefrühstückt und verwittert aussieht auf dem Balkon des Kanzleramts. Hier schlottert Horst hinterher, der mit so einem Blick irgendwie wie, ich kann diese Alte nicht mehr aushalten und Merkel so, meine Güte, geht der mir auf den Wecker und sie völlig zusammengefaltet und abgefrühstückt. Also das sind schon Bilder, die eine Menge ausgesagt haben. Und man muss vielleicht an der Sache da einflächen. Ich meine, was da ja auf dem Spiel stand, ist zum einen die Regierung. Also wenn Seehofer entweder zurückgetreten oder rausgeworfen worden wäre, dann wäre diese Regierung wahrscheinlich beendet gewesen. Und, das stand ja auch noch im Hintergrund, die Fraktionsgemeinschaft von quasi der Union, der CSU und CDU. Und wenn die auseinandergebrochen wäre, dann hätte das quasi bedeutet, dass die CDU in Bayern antritt und bei Bundestagswahlen. Also jedenfalls mal denkbar gewesen. Nicht dasselbe, aber das ist ein denkbarer nächster Schritt. Und das wäre eine riesen Zäsur gewesen für alles mögliche, für das deutsche Parteiensystem, für die deutsche Regierungsbildung, da hätte es vielleicht Neuwahlen gegeben, die SPD hat sich schon darauf vorbereitet, für die CSU hätte das ein, wäre das ein Desaster gewesen, wahrscheinlich, weil es viel einfacher ist, für die CDU sich in Bayern auszubreiten, als für die CSU bundesweit anzutreten. Ob sie es überhaupt geschafft hätten. Ob sie es überhaupt geschafft hätten. Also das wäre eine unglaubliche Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen. Es hat es ja schon mal für ein paar Wochen gegeben, zu Franz Josef Strauß-Zeiten war das, glaube ich, vier Wochen mal amtlich. Also es gab 1976 mal den Beschluss, der CSU aus der Fraktionsgemeinschaft mit der Union auszutreten. Der stand dann ein paar Wochen im Raum, ohne dass wirklich was passiert ist, weil eh gerade Sommerpause war. Und dann hat die Union damit gedroht, sich dann entsprechend nach Bayern auszubreiten. Und dann hat damals Franz Josef Strauß, der Obermotz der CSU, in der damaligen Zeit gesagt, April, April war gar nicht so ernst gemeint. Aber das stand in diesen Tagen sozusagen zur Debatte. Das stand, darum ging es letztlich. Und am Ende kam es dann aber doch zu einer Einigung. Genau, das kam also fast schon überraschend, wurde dann irgendwie in der Union, als es spitz auf Knopf stand, als wir alle in den Abgrund schblickten, oder manche sich schon gefreut hatten, dass Horst Seehofer als Innenminister jetzt wieder weg wäre, kam es dann doch noch zu einer Einigung. Und zwar sollen jetzt Transitzentren an der deutschen Grenze geschaffen werden, jedenfalls in Bayern. Also es sind drei Übergänge, wo ohnehin kontrolliert wird, glaube ich. Genau, also es soll Grenzkontrollen geben zwischen Österreich und Deutschland und auch zwischen Tschechien und Deutschland, soweit ich das verstanden habe. Und dann werden drei, oder ich weiß nicht wie viele, die Zahl ist glaube ich noch nicht endgültig festgelegt, Transitzentren eingerichtet. Und das ist auch eine ganz interessante Konstruktion. Diese Transitzentren sollen nämlich so behandelt werden, als wären sie gar nicht in Deutschland. Da gibt es die sogenannte Fiktion der Nicht-Einreise. Also rechtlich sind die so ein bisschen extraterritorial, so wie am Flughafen so ein bisschen. Ja, man ist da zwar in diesem Zentrum, natürlich auf deutschem Grund und Boden. Das zählt aber noch nicht so richtig als Deutschland. Und in diesen Transitzentren soll dann geprüft werden, ob Deutschland überhaupt für das Asylverfahren zuständig wäre oder ein anderer Staat. Und falls Letzteres, sollen die Menschen direkt aus dem Transitzentrum wieder zurückgeschickt werden in den anderen Staat. Das Problem ist bloß, wie soll das gehen, wenn die meisten Menschen aus Italien kommen? Stichwort Mittelmeermigration. Deswegen Italien eigentlich zuständig wäre für das Asylverfahren. Italien aber ganz klar sagt, wir Leute zurücknehmen, wir haben eh schon genug, könnt ihr völlig vergessen. Mit anderen Worten, was passieren wird, ist, da sitzen Leute im Transitzentrum, die Überprüfung ergibt, aha, der ist in Italien schon registriert worden. Und das heißt, Italien müsste zurücknehmen, wird aber einfach sagen, nö, machen wir nicht. Und was passiert dann? Wenn dann müssen die Leute aus dem Transitzentrum irgendwann ja entlassen werden, dann muss man sie wohl irgendwann einreisen. Aber dazu sollen noch jetzt so bilaterale Abkommen geschlossen werden. Richtig, genau, das war der ungedeckte Scheck, auf den Horst Seehofer da im Grunde gesetzt hat. Der hat nämlich einfach gesagt, das wird schon irgendwie klappen. Und mit Österreich sind die Verhandlungen jedenfalls auch noch nicht zum Erfolg geführt worden. Und mit Italien sind sie einfach gescheitert, muss man so deutlich sagen. Also Italien sagt, das könnt ihr völlig vergessen, wir nehmen keinen zurück. Und außerdem ist ja auch noch das Ding, naja, man muss ja erst mal feststellen, dass überhaupt Italien zum Beispiel zuständig ist für einen bestimmten Menschen. Das geht anhand einer europäischen Fingerabdruck-Datenbank namens EuroDAC. Und wenn quasi an dieser Registrierung in Italien hängt, dass Italien die Menschen eigentlich zurücknehmen müsste, ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht, rechtlich ist es ein bisschen komplizierter, aber das ist so die Grundlinie, dann gibt es natürlich einen enormen Anreiz für Italien, die Leute einfach nicht in EuroDAC einzuspeisen. Und da gibt es schon erste Anzeichen dafür, dass da massiv geschummelt wird, dass also Menschen zwar in Italien irgendwie mal auftauchen, auch Asyl beantragen, man aber ihre Fingerabdrücke nicht in EuroDAC einstellt, damit man quasi diese Menschen hinterher nicht am Bein ist. Und man nicht zuständig ist. Und sag mal, jetzt gibt doch, war in dieser Diskussion, das habe ich noch so mitgekriegt, da wurde doch ein Riesenunterschied gemacht zwischen registriert und Asylantrag gestellt. Ja genau, das kann ich dir auch nicht ganz genau sagen, was dahinter steht. Das sind irgendwelche Details dieses Dublin-Verfahrens. Muss ich gestehen, habe ich mich nicht eingelesen, weiß ich auch nicht. Interessant in der ganzen Diskussion ist also, dass Horst Seehofer mit dieser Zurückweisung an der Grenze ein ganz großes Thema aufgemacht hat, das aber letztlich theoretisch ist. Weil dieses Zurückweisen natürlich immer nur bilateral funktioniert. Das heißt also, es funktioniert nur dann, wenn man die Menschen auch irgendwo hinschicken kann. Man kann natürlich an der deutsch-österreichischen Grenze einfach sagen, du kommst hier nicht rein. Dann sitzen die Leute aber auf der österreichischen Seite auf der Wiese. Und das heißt, da werden irgendwelche krassen humanitären Krisen eintreten, wenn da irgendwie tausende von Leuten an der Grenze stehen und nicht reinkommen. Das kann man irgendwie auch nicht wollen. Das sind genau die Bilder, die Angela Merkel ja 2015 verhindern wollte, als sie, wie man so schön sagt, die Grenzen aufgemacht hat. Alles nicht ganz so einfach, aber das war jedenfalls diese Vision, die man vor Augen hatte. Und das heißt also, diese Zurückweisung wird so nicht funktionieren. Einfach, weil es keine bilateralen Abkommen gibt. Und der zweite Grund, wo man sich wirklich wundern kann, ist, es betrifft auch nur eine Handvoll Menschen. Also angeblich sind es etwa fünf Menschen, die jeden Tag... Pro Tag. Pro Tag, genau. Fünf Menschen am Tag. Wegen fünf Menschen am Tag haben wir in Deutschland wochenlang eine Regierungskrise gehabt, weil Horst Seehofer einen symbolischen Erfolg in der Flüchtlingsdiskussion angestrebt hat. Ja, und da ich finde, also da kommen wir ja gleich noch ein bisschen, ne, weiß nicht, kommen wir gleich noch zur Bewertung, wie das so zu Einzelentschätzen ist. Dann kam ja noch, da gibt es ja auch noch die SPD. Die, vergisst man ja manchmal, die sitzt auch mit in der Regierung. Die hat sich das von außen so ein bisschen angesehen. Wie gesagt, schon Pläne für Neuwahlen geschmiedet und hatte natürlich eine Riesenpanik davor, dass das eintritt. Und eigentlich sind sie auch Koalitionspartner. Gefragt wurden sie natürlich erst mal nicht. Am Anfang haben sie völlig geschwiegen. Es war überhaupt nichts zu hören aus der SPD. Und war so ein bisschen, das schien so ein bisschen so die Strategie zu sein, lass die Union sich doch zerlegen. Am Ende profitieren wir vielleicht irgendwie davon. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Das Ding ist halt einfach, die Union hatte massiv Aufmerksamkeit in den Medien. Und das Thema Flüchtlinge kam in den Medien groß vor. Und die SPD überhaupt nicht. Das heißt also, diese Strategie, lass die Union sich zerlegen, wir sagen einfach gar nichts, hat überhaupt nicht funktioniert. Und interessanterweise, die Ersten, die das erkannt hatten, waren wieder die Jusos unter Führung von Kevin Kühnert, die dann sich mit einem Elf-Punkte-Papier zur Migrationspolitik zu Wort gemeldet haben. Aber wenn man ehrlich ist, ist das in den Medien auch weitgehend untergegangen. Also die SPD kam in der ganzen Debatte nicht vor. Und das hat natürlich auch Folgen. Wenn man sich die Umfragen anschaut, was hat jetzt also dieser ganze Zirkus in der Union, was hat der jetzt eigentlich gebracht in den Umfragen für die Zustimmung der Parteien in der sogenannten Sonntagsfrage? Also wen würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Leichtes Minus für die Union. Sie steht immer noch bei 30 Prozent, war aber ja vorher knapp über. Also hat so vielleicht so etwa zwei Prozentpunkte verloren. SPD, Linke, Grüne weitgehend unverändert, aber AfD plus zwei Prozent. Mit anderen Worten, die Union hat etwa zwei Prozentpunkte abgegeben an die AfD. Genau. Und das kann man natürlich jetzt auf verschiedene Arten und Weise deuten. Also man kann sich natürlich, eine wichtige Frage, die ich mir so von außen gestellt habe, ist, warum macht die CSU das? Wir haben es gesagt, wegen fünf Leuten pro Tag haben die quasi die eigene Regierung torpediert und an den Rand des Abgrunds gebracht. Sie haben die Fraktionsgemeinschaft mit der Union torpediert und an den Rand des Abgrunds gebracht. Und ein Argument ist natürlich, denke ich, das steht fest, da gibt es Landtagswahlen in Bayern. Der CSU geht der Arsch auf Grundeis, weil die AfD gut dasteht, weil die CSU nicht so gut dasteht. Markus Söder ist Ministerpräsident in der CSU. Hier unser ehemaliger Verkehrsminister Dobrindt ist jetzt quasi Chef der CSU-Fraktion, wenn man so will, der Gruppe im Bundestag. Und die beiden haben Seehofer vor sich her getrieben. Die haben gesagt, und der hat sich da quasi, finde ich, zum Lakaien machen lassen und steht am Ende als Verlierer da. Der hat auf Druck der beiden das Ding eskaliert, um eben zu zeigen, so wir als CSU sind da, wir tun was gegen diese Flüchtlinge, um die AfD in die Schranken zu weisen. So, und das hat auf den ersten Blick zumindest nicht geklappt. Nee, das hat überhaupt nicht geklappt. Also jedenfalls die Umfragen sprechen dafür, dass ausschließlich der AfD geholfen hat. Eventuell hat es auch ein kleines bisschen der SPD geschadet. Das ist so ein bisschen unklar. Jedenfalls optisch ist natürlich fatal, dass AfD und SPD jetzt gleich aufliegen. Das kann die SPD nicht freuen. Auf der anderen Seite liegt es wohl aber eher daran, dass die AfD gewonnen hat, als dass die SPD noch weiter abgebröckelt ist. Schwer zu sagen, vielleicht hat sie noch einen Prozentpunkt verloren. Aber jedenfalls steht sie irgendwo bei 17 bis 19 Prozent. Das kann für eine Volkspartei nicht befriedigend sein. Also auf den ersten Blick, wenn man sich die Umfragen anschaut, hat dieser ganze Unionszirkus im Wesentlichen die AfD gestärkt. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das eigentlich so? Denn man könnte ja auch annehmen, na ja, wieso? Also die Union hat sich doch jetzt offensichtlich des Themas Flüchtlinge massiv angenommen. Sie haben eben ein hohes politisches Risiko gespielt, um ein Flüchtlingsproblem zu lösen. Da kann man sich schon fragen, wieso bezahlt sich das für die Union nicht aus? Sondern im Gegenteil, warum schadet das der Union? Und warum bringt das der AfD was? Und dazu gibt es eine ganz interessante Diskussion, die wir kurz euch mal vorstellen wollen. Genau. Und zwar das klassische Argument, was du ja auch oft gebracht hast, was ja in der Lage auch gefallen ist. Diese Strategie, den rechten Parteien das Wasser abzugraben, indem man ihre Themen, ihre Argumente, ihren Tonfall, ihre Wortwahl übernimmt. Was die CSU ja gemacht hat. Was die CSU gemacht hat. Das haben wir noch gar nicht gesagt, Philipp. Das fehlte so ein bisschen in unseren Fakten. Das ist diese totale Verrohung des politischen Diskurses, weil insbesondere in der CSU eben auch Vokabeln verwendet wurden, die man sonst eher aus rechtsextremen Kreisen kennt. Also Anti-Abschiebe-Industrie war so ein Punkt. Das war, glaube ich, ganz strategisch. Das fing ja schon vor diesem Konflikt an. Das hing sich so an diesem BAMF-Skandal in Anführungsstrichen, hing sich das auf, da fing das an. Genau, kleiner Einschub an der Stelle. Der ganze BAMF-Skandal ist total in sich zusammengebrochen. Genauso wie wir es in der Lage geschildert haben, ehrlich gesagt. Da konnte ich mir neulich auch mal so einen kleinen Told-You-So-Tweet nicht verkneifen. Genauso wie wir es von vornherein gesagt haben, es ist alles einfach gar kein Skandal. Muss man so deutlich sagen. Es ist in sich zusammengebrochen. Es ist total in sich zusammengebrochen. Alles, was da passiert, ist eine vergleichsweise logische Erklärung. Haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt in der Lage, aber es ist alles so eingetreten. Audio-Fußnoten immer gern gesehen. Aber Klammer zu. Es gab eine ganz, in meinen Augen, ganz klare und konzertierte Strategie der Eskalation in der CSU, die angefangen hat, mit dieser Anti-Abschiebe-Industrie, die Dobrindt auszumachen glaubte. Dann kam dieser BAMF-Skandal, den sie hochgejazzt haben. Dann kam immer so eine verbale Eskalation von Flüchtlingskrise und Flutwelle, die da droht, etc., die dann genutzt wurde von Seehofer, Dobrindt und Söder, um quasi, wie wir das eben geschildert haben, an diesen vermeintlichen Problemen der Leute, die in anderen EU-Ländern registriert sind, hierher kommen, dass die unbedingt nicht erst im Inland abgewiesen werden, sondern schon an der Grenze. Das haben die hochgejazzt und skandalisiert, wir haben es geschildert, bis zum Anschlag und ein Stück darüber hinaus. Und die Frage ist, warum? Warum? Und lassen Sie uns noch ganz kurz diese Sache mit der Sprache noch ein ganz bisschen vertiefen. Da gibt es nämlich einen sehr schönen Beitrag aus der Neuen Westfälischen, also einer Regionalzeitung aus Bielefeld, die sich mal die Mühe gemacht hat, die Sprache der CSU so ein bisschen genauer zu analysieren. Packst du das in die Show Notes? Ein sehr schöner Text. Welche Begriffe benutzt die CSU und was bedeuten sie? Und da kann man sehr schön einen Effekt sehen, den wir schon mal diskutiert haben. Da hatten wir nämlich O-Töne von Elisabeth Wehling, einer deutsch-amerikanischen Sprachwissenschaftlerin, die insbesondere dieses Konzept des Framing immer wieder vorgestellt hat. Also wie man quasi die Denkweise der Menschen einfach dadurch beeinflusst, dass man bestimmte Begriffe verwendet. Und da kann man sehr schön an der Sprache der CSU sehen, wie man eben versucht, die öffentliche Meinung zu manipulieren, indem man versucht, letztlich dieses Thema Migration zu einer Krise zu machen. Stichwort Asyltourismus. Das klingt so ein bisschen nach Wohlstand, Freiheit, keine Arbeit, Ausspannen und so weiter. Und natürlich auch nach einer Heimat, in die man zurück kann. Aber mal ganz ehrlich, wenn man aus Syrien stammt, dann hat man keine Heimat. Das hat nichts mit Tourismus zu tun. Da flüchtet man nicht nach Deutschland, um sich irgendwie auf Sylt an den Strand zu legen und dann nach zwei Wochen nach Hause zu fliegen. Sondern da haut man halt ab, weil das Land in Trümmern liegt und man gerne überleben möchte. Genau, die haben vielleicht schon eine Heimat, nur keine Heimat, in die sie jetzt sozusagen zurück können. Ja, das hat mit Tourismus nichts zu tun. Das ist doch nicht irgendwie so ein entspannter. Genau, und das ist der Mechanismus. Ich meine, die Parallele ist immer krass, aber auch die Nazis haben Menschen zu Tieren, Dingen, Ungeziefer, zu Sachen degradiert, um eine menschenunwürdige Politik leichter durchsetzen zu können. Weil die moralische Hemmschwelle aller Beteiligten sinkt, wenn sie glauben, es mit Ungeziefer oder Abschaum zu tun zu haben. Oder eben mit Sachen. Mit Sachen. Wenn man eben Menschen nicht mehr als Menschen, als Mitmenschen sieht, sondern wenn man sie als ein Objekt sieht, mit dem man irgendwas machen muss. Jetzt wollten die Nazis und haben das getan, Millionen Menschen vergast und umgebracht. Das ist nochmal eine andere Liga. Das Ziel ist sicherlich ein anderes, aber das Werkzeug, die Methode, wir degradieren Menschen zu Touristen, zu Zahlen, zu einfachen Statistiken, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, weil die Hemmschwelle sinkt, weil die Empathie sinkt. Das ist hier, würde ich schon sagen, gleich. Das Instrumentarium ist da, nämlich Menschen zu degradieren und sozusagen, um uns, sagen wir mal, Empathie schwerer zu machen, um die moralische Hemmschwelle mit ihnen entsprechend umzugehen, zu senken. Und das ist hier eindeutig, das hat auch Norbert Blüm übrigens kritisiert, in der Süddeutschland-Texte. Der ehemalige Arbeitsminister der Union, jetzt jenseits der 80, hat sich dazu Wort gemeldet und gesagt, die CSU oder die Union hat sozusagen das Christliche, das C in ihrem Namen völlig vergessen, weil eben genau diese Empathie mit Menschen, mit Menschen, die flüchten, vor Hunger, Krisen und um ihr Leben rennen, dass die völlig fehlt. Genau, und da haben wir eben, das ist eben, was du eben beschrieben hast, diese Entmenschlichung, die kann man in der Sprache sehr schön festmachen, Asyltourismus haben wir schon gesagt und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Begriffe, die in diese Richtung gehen, genau so Transitzentren, auch das klingt so schön entspannt, Tourismus und Flughafen, so Transitbereich im Frankfurter Flughafen. Für den Transitbereich bitte hier entlang, genau. Genau, und dann wird es irgendwie total nett und sie bekommen vielleicht noch irgendwie eine Zeitung gereicht und so, aber zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung schlägt ein Autor vor, man sollte einen treffenderen Begriff wählen, nämlich Abweisungszentrum. Natürlich geht es genau darum, es soll geschaut werden, ob man Leute nicht auch einfach möglichst schnell wieder loswerden kann. Weiteres Schlagwort der CSU, konservative Revolution, Alexander Dobrindt, der bringt das immer wieder mal und meint das so als Gegenbegriff zu den 68ern, aber da muss man auch mal so ein bisschen schauen, wo kommt der Begriff eigentlich her und der stammt aus den 20er Jahren und beschreibt da genau das, was die Nazis vorhatten. Also eine konservative Revolution gegen die verhasste Demokratie von Weimar und das muss man sich mal überlegen, dass eine CSU, die ja immerhin sich als eine Säule des Rechtsstaats, eine Säule der Demokratie in Bayern begreift, einen faschistisch geprägten Begriff verwendet, um quasi eine Zielvorgabe zu setzen für ihre eigene Politik. Ihr vor allen Dingen ist Revolution ja auch immer ein, sagen wir mal, gewaltgeschwängerter Umbruch. Auch das, ja. Das ist also nicht mal irgendwie mal, und dann natürlich auch ein schönes Wort in diesem Kontext immer wieder, schön in Anführungsstrichen, Flüchtlingswelle. Flüchtlingswelle, das klingt so ein bisschen wie Oderflut. Das klingt so ein bisschen so, als müssten wir alle ertrinken, weil so viele Flüchtlinge kommen. Und auch das ist, wenn man ehrlich ist, nicht so ganz die Lage, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben es zu tun mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen im Jahr 2018, immerhin 17 Prozent weniger Asylanträge bisher. Also mit anderen Worten, die CSU hat die Sprache ganz erheblich verschärft. Und die Frage ist, warum macht man das eigentlich? Und da haben wir jetzt einen schönen O-Ton aufgespürt. Philipp hat den gefunden. Und zwar war das ein Interview mit Sascha Lobo in einem Podcast von unseren Podcast-Kollegen von 4000 Herz. Auch ein Podcast-Label hier aus Berlin. Und da gibt es eine Interview-Reihe Elementarfragen. Die macht der Nikola Semak. Disclaimer, ich war da auch schon mal zu Gast und ich kenne Nikolaus auch ganz gut. Insofern Transparenzhinweis, wir mögen die. Aber es ist auch einfach ein sehr, sehr gutes Interview. Und da hat der Philipp einen schönen O-Ton von Sascha Lobo ausgegraben. Genau. Und da ging es halt um dieses Kernargument, die Umfragen scheinen zu belegen, dass die CSU keinen Erfolg hatte mit ihrer Strategie, die AfD in die Schranken zu weisen, indem sie Sprache, Themen, redeweise übernimmt. Und Sascha argumentiert, ja, es mag vielleicht mal so aussehen, aber er macht doch ein Fragezeichen. Ich halte es aber nicht für 100%ig ausgemacht, dass dieser alte linke Spruch, das stärkt doch nur die Rechten, dass der so zu 100% stimmt. Der stimmt vielleicht häufig, aber vielleicht eben auch nicht immer. Das ist mir ein bisschen zu naheliegend, dass man sagt, nein, spart diese Themen auf, hört auf, da irgendwie, das stärkt bloß die Rechten. Das findet sich wieder in Argumentationen wie, am Ende wählen die Leute doch das Original. Und da bin ich mir halt nicht immer ganz so sicher. Ja, und das ist die Frage. Das ist die Frage. Und man muss ganz offen sagen, die Umfragen sprechen eher dafür, dass es tatsächlich diesen Effekt gibt, der AfD das Wasser abgraben, funktioniert nicht. Funktioniert nicht, weil, wie gesagt, die AfD gestärkt aus der Diskussion hervorgeht, obwohl sie dazu im Prinzip nicht viel beigetragen hat. Das war eine reine Unionsdiskussion. Die Union geht geschwächt daraus hervor. Philipp, kannst du was anfangen mit dem Argument von Sascha? Kannst du dir vorstellen, wieso dieser, dass man quasi das Kalküme aufgehen kann, den Rechten das Wasser abzugraben? Er macht ja, er macht ja dann danach, nach diesem O-Ton, noch eine Unterscheidung und stellt sozusagen ein Szenario auf und sagt, okay, die Streit, also, die Strategie, wie man als Partei gegen eine rechte Partei vorgeht, hängt extrem davon ab, wie groß das potenzielle Wählerpotenzial für diese Partei ist. Also bei den Rechten stellt er die Frage, wie viel Leute in Deutschland sind eigentlich sozusagen Hardcore, wenn du so willst, Nazis, Rechtsradikale, richtig harte Fremdenhasser, Fremdenhasser, sind das 5% wie vielleicht bei der NPD, dann kann man das machen wie bei der NPD, einfach ignorieren tun, als wären sie nicht da. Hat bei der NPD gut geklappt. Hat bei der NPD geklappt. Bei 15%, wie jetzt bei der AfD, ist es die Frage, da muss man auf jeden Fall andere Strategien anwenden, ist es die der CSU, scheint erstmal zu funktionieren, haben wir gesagt, muss aber nicht, vielleicht sind es aber auch noch viel mehr Menschen. Die scheinen eher nicht zu funktionieren, die CSU-Strategie. Genau, die scheinen nicht zu funktionieren, zumindest laut den Umfragen, und sind es noch mehr, er sagt mal hypothetisch 50%, da muss man sich wieder andere Strategien überlegen. Er sagt ja auch nicht, dass diese Strategie der CSU, die rechten Themen zu übernehmen und zu besetzen, nie funktioniert, er fragt sich nur, ob es immer funktioniert, und das hängt halt davon ab, wie viel sind denn jetzt hardcore rechtsradikal. Ich glaube, dass diese Differenzierung natürlich ihren Wert hat, ich glaube aber, dass, also die Differenzierung danach, wie groß ist denn dieser Anteil, aber ich glaube, dass diese Zahlen im Grunde von der eigentlichen Frage eher ablenken. Ich glaube, die eigentliche Frage sollte nämlich sein, greifen die Rechten, oder man kann das, man muss das gar nicht in so einem Rechts-Links-Schema machen, kann das glaube ich sogar generell eher als Populismus bezeichnen, greifen die Radikalen, greifen die Populisten ein echtes Problem auf, also ein Problem, das tatsächlich gelöst werden muss, ein echtes Problem, das die Menschen wirklich beschäftigt, oder jelzen sie einfach nur bestimmte Ressentiments hoch zu einem Thema, das dann den innenpolitischen Diskurs betrifft, um Stimmung zu machen, um ihre Macht zu sichern, um Metaziele zu erreichen. Und da würde ich mal ganz klar sagen, wenn man diese Differenzierung mal zugrunde legt, dann erklärt sich auch, wieso die, ich sage jetzt mal, die Lobo-Strategie, wieso die hier in diesem Fall nicht funktioniert hat. Denn das Flüchtlingsproblem ist ja einfach kein Problem, das die Menschen in Deutschland wirklich massiv beeinträchtigt. Vielleicht war das 2015, 2016 mal so, als die Turnhallen alle belegt waren und so. Das war sicherlich eine Zeit, wo Deutschland, sagen wir mal, als Gesellschaft massiv da mit diesem Problem konfrontiert war, wo das auch im Alltag der Menschen spürbar war. Inzwischen, wie gesagt, Flüchtlingszahlen sinken, die Turnhallen sind freigeräumt, die Menschen sind inzwischen untergebracht, nicht alle in Wohnungen, aber die meisten, mit anderen Worten, das Flüchtlingsproblem spielt im Alltag der Menschen überhaupt keine echte Rolle mehr. Das ist also einfach quasi kein Problem, das einer Lösung bedarf. Und wenn das, das heißt also wirklich ein hochgejazztes Problem, ein Problem, das dadurch groß wird, dass man ständig drüber redet. Und solche Probleme, die lösen sich natürlich nicht, wenn man drüber redet. Im Gegenteil, die werden dann nur noch größer. Ich würde das ein bisschen, also ich gebe dir im Kern recht, ich würde es ein bisschen relativieren. Es gibt sozusagen, ich höre so ein paar auch von Kollegen aus Bayern, die sagen, das ist eure Berliner Perspektive. Hier im Grenzbereich Österreich, da ist das schon noch Thema in vielen Gemeinden. Also da ist das nicht ganz so gelöst, wie euch das in Berlin erscheint. Dennoch würde ich dir recht geben, im Vergleich zu, sagen wir mal 15, 16, sind wir jetzt in einer völlig anderen Phase. Es kommen Flüchtlinge, es werden wahrscheinlich auch vielleicht mal wieder mehr kommen. Und wir sollten uns, sagen wir mal, überlegen, wie wir damit umgehen. Vielleicht kommen auch weniger, wenn die EU diese Plan durchzieht. Aber wir sollten uns schon Gedanken machen darüber, wie wir das vielleicht besser anders machen können, etc. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass es nicht das dominierende und zentrale große Problem gerade ist, was Deutschland bewegt. Und das ist auch mein Kernvorwurf an die CSU, dass sie nämlich genau das gemacht haben. Sie haben ein marginales Problem genommen, um aus eigenen parteipolitischen, machtpolitischen Erwägungen das so hoch zu gestern und so zu eskalieren, dass es so viel Kollateratschäden anrichtet. Die Leute sind abgefrühstückt von der Politik. Sie können es nicht mehr hören. Sie sind so dermaßen weit davon entfernt. Du hast das Gefühl und selbst als so ein Beobachter, wie wir es sind, wir uns kümmern ja echt darum. Wir interessieren uns dafür. Aber wenn du damit drei, vier Wochen bombardiert wirst, dann fragst du dich wirklich, ist die Politik in der Lage, die wirklichen Probleme, die wir in diesem Land haben, wirklich adäquat zu erkennen und sich darum zu kümmern. Die Zweifel entstehen zwangsläufig. Und das ist nämlich das eigentliche Problem, dass die Abneigung gegen die sogenannten etablierten Parteien dadurch wächst, wenn man als Mensch, der ja wirklich Sorgen hat. Du hast die Pflege, du hast die Rente, du hast die Digitalisierung und die Mieten und, 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 und. Kein Handyempfang in der Pampa und teilweise kein Handyempfang in Berlin. Also mal ganz ehrlich, vier Wochen ist nichts anderes Thema als das. Und an den ganzen Schulen, Klimawandel passiert gar nichts. Die Schulen rotten vor sich hin. Also genau das ist das Problem. Die Politik beschäftigt sich mit einem, jedenfalls sagen wir mal vorsichtig, weitgehend virtuellen Problem, nicht völlig gelöst vielleicht, aber weitgehend virtuellen Problem. Und die ernsthaften Probleme der Leute werden nicht angefasst. Und das Problem wird, das ist ja das große Problem, das ist, die Probleme werden ja auch größer, dadurch, dass man ständig über sie redet. Und genau das ist passiert. Und deswegen würde ich sagen, Sascha Lobo hat einen wichtigen Punkt. Man muss immer schauen, haben wir es mit, oder um es mal vielleicht ein bisschen praktischer, ein bisschen greifbarer zu formulieren. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme, irgendwie ein echtes Problem hochzujassen, zum Beispiel in populistischer Weise vom Klimawandel zu reden und zu sagen, wir müssen alle sterben jetzt mal. Das ist, ich versuche einfach nur ein Beispiel zu bilden. Da muss man sagen, das ist ein ernsthaftes Problem. Und diese Angst vor dem Klimawandel, die könnte man ernsthaft mal schüren. Und dieses Problem müsste man sich wirklich annehmen. Das heißt, das lässt sich, glaube ich, nicht beheben, indem man einfach nicht mehr drüber redet. Aber was dieses Flüchtlingsthema angeht, glaube ich, da sollte man einfach entweder weniger drüber reden oder sonst wenigstens positiver. Und nicht immer in so alarmistischen Krisenszenarien, sondern einfach zu sagen, wir als Gemeinschaft in Deutschland, insbesondere die Kommunen, aber auch die anderen staatlichen Stellen, haben das wahnsinnig gut im Griff. Jetzt müssen wir uns nicht mal überlegen, was das für eine Leistung ist, für eine Gesellschaft, auch diesen Ansturm von etwa einer Million Menschen zu handeln. Man kann das ja auch mal positiv formulieren. Ja, genau. Man kann es positiv formulieren, aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum eine EU mit 500 Millionen Einwohnern nicht in der Lage ist, fünf Millionen oder drei Millionen Flüchtlinge irgendwie vernünftig aufzunehmen. Ja, wir in Deutschland sind ja in der Lage, das ist offensichtlich. Aber gut, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Diskussion. Aber das ist, glaube ich, um dieses Agenda-Set. Genau. Es ging um dieses Framing, wie diskutiert man das eigentlich? Genau. Und das ist der große Schaden, den diese Diskussion angerichtet hat. Und deswegen, finde ich, hat sich die CSU, Dobrindt, sowieso Söder, aber auch Seehofer, ja, also wenn sie noch entlarvt werden mussten, haben sie sich jetzt komplett entlarvt, wie in meinen Augen, als völlig überflüssige Provinzpartei. Also so weit würde ich persönlich nicht gehen. Ich sehe die CSU ehrlich gesagt eine ganze Ecke positiver im Grundsatz. Ich finde, dass die über viele Jahrzehnte es insbesondere geschafft hat, ein extremes Meinungsspektrum innerhalb der CSU zu integrieren, insbesondere diese soziale Seite, also konservativ und zugleich sozial. Das ist ja auch kein Zufall, dass die SPD in Bayern traditionell so schwach ist. Das liegt natürlich auch daran, weil die CSU eben nicht nur eine Partei, der besser verdient ist, sondern auch eine Partei des sozialen Ausgleichs, viel mehr als es die, oder jedenfalls viele Kreise in der Union sind traditionell. Insofern, ich sehe die CSU gar nicht so negativ. Natürlich hat die auch viele dunkle Seiten, also insbesondere Rechtsstaatlichkeit ist ein großes Problem. Kommen wir auch später nochmal nochmal. Kommen wir zum krassen Fail des Freistaats Bayern im Bereich Bürgerrechte. Aber diese Diskussion jedenfalls war total peinlich und deswegen müssen wir zum Ende des Themas noch eine Nachricht bringen. Ja, ganz kurz, ein Gedanken noch dazu, wo du sagst, weil das ist ja, das ist so ein bisschen das Bigger Picture, was ich mir stellte. Führt jetzt sozusagen, also dieser Konflikt, der ist jetzt erstmal, wir haben es geschildert, die beiden liegen erschöpft in der Ecke. Aber der Konflikt ist ja nicht gelöst. Wir reden über Transitzentren, die letztlich inhaltlich leer laufen, weil es diese Rückführungsabkommen nicht gibt. Und wir reden auch über dieses komplette Zerwürfnis zwischen Merkel und ihrem Innenminister. Das knallt bald wieder. Und die Frage, die ich mir stelle ist, haben wir auf dem, sagen wir mal, konservativ-rechten Spektrum bald sowas, wie wir das schon auf der linken SPD-Seite erlebt haben, dass sich sozusagen die Sozialdemokratie aufspaltet in SPD und eine Linkspartei. Und haben wir das vielleicht auch, weil, bald quasi im konservativen Spektrum, dass die CSU sich vielleicht nicht dieses Mal, aber dann doch irgendwann ablöst. Ja, auch als Reaktion vielleicht auf die AfD, auf diese, auf den permanenten Zwist mit der CDU. Ja, man sollte natürlich nicht vergessen, und wir dann noch eine Partei haben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir noch einen, ich weiß nicht, ob wir dann noch einen, also du meinst jetzt quasi, dass beide Parteien CDU und CSU bald bundesweit bestehen. Das wäre natürlich ein Ergebnis. Ich finde, wir sollten auch die FDP nochmal in den Blick nehmen. Die FDP, aus der in letzter Zeit ja auch sehr deutlich fremdenfeindliche Töne kamen. Also da war ich in manchen Bereichen sehr irritiert. Ich habe jetzt, wir haben keinen O-Ton vorbereitet, zugenommenermaßen, deswegen kann ich jetzt keinen zitieren, aber ich erinnere mich an eine Reihe von Äußerungen aus der FDP, die mich wirklich irritiert haben, wo auch quasi Altliberale in Interviews sich irritiert geäußert haben. Also da muss man auch abwarten, welche Positionen oder welchen Raum, welche Positionen die FDP im Parteien-Spektrum da einnehmen wird. Also von klassisch liberal war da jetzt auch nicht so viel zu spüren. Ich meine, was ja auch die SPD und die zerrissen hat und dann die Linke hervorgebracht hat, war ja unter anderem so eine unterschiedliche Vorstellung letztlich davon, wie man mit Globalisierung umgeht. Soll man damit tendenziell offen umgehen oder will man sich eher ein bisschen abschotten und dass dieser Grundimpuls der Linken in meinen Augen war schon von Lafontaine eher, wir machen es ein bisschen dicht und das macht ja Wagenknecht, führt das ja auch weiter und ich frage mich, ob das, ob so ein ähnlicher Streit auch die Union zerreißen wird. Wie gehen wir mit diesen Effekten offener Grenze, Weltmarkt, die Globalisierung um? Na, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ehrlich gesagt, du hast natürlich recht, dass es da diesen Konflikt durchaus gab in der SPD und inzwischen gibt es den vor allem noch in der Linkspartei, da gibt es ja eben den Schotten-Dichtflügel und den nicht so gericht, aber ich glaube, das eigentliche Problem damals in der SPD war nicht diese Frage, die spielte im Hintergrund vielleicht eine Rolle. Die war eine Hartz-Reform. Ja genau, die eigentliche Frage war, wie gehe ich eigentlich um mit der Ungleichheit in der Gesellschaft? Prügele ich quasi auf die ein, die ohnehin nichts haben oder trete ich ein für mehr Umverteilung? Nehme ich von den Reichen und gebe ich den Arm oder prügele ich auf den Arm? Okay, aber nochmal, auf die Union. Hast du das Gefühl, dass so diese Kernfrage der Globalisierung, wie gehen wir damit um? Haben wir so einen eher offenen, dialogischen Austauschansatz oder haben wir eher so einen Ansatz, der sich auf das Land zurückzieht, Grenzen versucht dicht zu machen, Austausch zu erschweren? Du, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da wirklich programmatische Unterschiede dahinter stehen. Ich glaube, dass es im Wesentlichen wirklich eine völlige Panikreaktion der CSU war. Also jedenfalls bislang sehe ich in der Union noch keinen starken Flügel, der ernsthaft zurück will zum Nationalstaat. Die Union ist wahrscheinlich wie kaum eine andere Partei auch die Partei der europäischen Integration. Das ist Wesenskern der Christdemokratie in Deutschland und ich habe bislang nicht den Ahnung, dass es eine Mehrheit gibt oder auch nur eine starke Strömung, die da wirklich von runter will. Das sieht zurzeit so aus, weil die CSU-Führung eben mit diesen mit diesen nationalen Alleingängen gerade irgendwie liebäugelt und zündelt. Aber noch halte ich das im Wesentlichen für eine Panikreaktion, weil man einfach letztlich keine Strategie hat, um mit der AfD umzugehen. Insbesondere, weil man nämlich keine anderen Themen hat. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Man müsste, damit sind wir wieder bei der Lobodebatte, man müsste der AfD begegnen, indem man andere Themen setzt als Migration. Und die CSU tappt gerade, das allerdings auch mit Ansage, das habe ich in verschiedenen Interviews auch mit CSU-Spitzen gelesen, tappt gerade voll in die Falle, zu sagen, wir müssen aber möglichst viel über Migration reden, weil das die Leute interessiert. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Natürlich muss man, haben wir eben gerade gesagt, echte Probleme angehen, wenn es dann wirklich hier gibt, aber nicht, indem man jetzt irgendwie über nationalen Alleingängen das vorabredet. Ja, Horst Seehofer steht auf jeden Fall, ja, also er ist vielleicht einer der großen Verlierer. Ist ein ganz großer Verlierer. Verlierer dieser Debatte. Und als wäre das nicht genug gewesen, hat er noch einen schlechten Witz oben drauf gesetzt. Ja, er hat sich, das muss man wirklich sagen, moralisch, jedenfalls aus meiner Sicht, nochmal erheblich diskreditiert. Und zwar hatte Horst Seehofer unlängst 69. Geburtstag und vor ein paar Tagen hat er in einer Pressekonferenz gesagt, er habe quasi einen, also es ist jetzt nicht O-Ton, er habe quasi ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Er hat nämlich gesagt, an seinem 69. Geburtstag habe es zufälligerweise 69 Abschiebungen nach Afghanistan gegeben. Was für ein Zufall, ja. Hahaha, 69 Abschiebungen als Geburtstagsgeschenk und dann sagt er so schön noch dazu, das sei nicht mal geplant gewesen. Ja, also er hat das sich nicht gewünscht zu seinem Geburtstag. Es hat sich irgendwie so ergeben und dazu muss man wissen, Abschiebungen nach Afghanistan, das ist jetzt eben auch kein Tourismus, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Rückreise in ein Land ohne jede Perspektive. Ja, und zu guter Letzt hat sich dann noch einer dieser Abgeschobenen erhängt. Mit anderen Worten, von den 69 leben noch 68. Schönen Geburtstag, Horst Seehofer. Diese Woche ging einer der bedeutendsten, glaube ich, Prozesse der Nachkriegsgeschichte zu Ende, reiht sich, glaube ich, ein in große Verfahren. Auschwitz-Prozess, RAF-Verfahren. RAF-Verfahren. Die Rede ist vom NSU-Verfahren in München über fünf Jahre, hat es gedauert. Diese Woche ist also ein Urteil ergangen. Es geht natürlich um den NSU. 2011 aufgeflogen, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben Selbstmord begangen. Und ja, mit Beate Zschäpe haben sie 14 Jahre im Untergrund gelebt und zehn Menschen umgebracht. Neun Gewerbetreibende, türkischer und griechischer Herkunft, eine Polizistin. Sie haben zwei Sprengstoffanschläge, bei denen viele, viele Menschen verletzt wurden. Und sie haben ein Dutzend Raubüberfälle begangen. Ja, zur Finanzierung des Lebens im Untergrund, so ein bisschen wie die RAF damals. Genau. Und genau, ein bisher, was so rechten Terror in Deutschland angeht, zumindest über das, was wir wissen, einzigartiges Phänomen. Genau, es wird ja viel diskutiert darüber, ob es nicht eigentlich viel mehr rechten Terror gibt. Genau, dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls, diese Gruppe ist mal aufgeflogen. Diese Gruppe ist aufgeflogen. Und wie gesagt, Mundlos und Böhnhardt sind tot. Und jetzt ging es im Kern noch um Beate Zschäpe und drei, vier Gehilfin. Wie sind die Urteile ausgefallen? Ja, die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist wegen zehnfachen Mordes und anderer Straftaten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe als Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden. Zugleich hat das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was das bedeutet. Dazu kommen wir gleich noch mal. Ralf Wohlleben, einer der Mitangeklagten, ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord für das Beschaffen nämlich der CESCA, also dieser Pistole, mit der die meisten Taten, wenn nicht sogar alle, begangen worden sind. Und dann gab es noch drei weitere Unterstützer des NSU, André Eminger, Holger Gerlach und Carsten Schulze. Die erhielten kürzere Freiheitsstrafen und auf den ersten Blick etwas schwer zu verstehen ist, wieso André Eminger so gut dabei weggekommen ist, denn der ist nach wie vor bekennender Nazi, zeigt keinerlei Reue und der hingegen hat Carsten Schulze, der vollumfänglich ausgepackt hat und sich distanziert hat vom NSU und dem insbesondere auch die Opferfamilien verziehen haben, sodass sogar Opferanwälte für Milde plädiert haben für Carsten Schulze, er hat eine längere Freiheitsstrafe bekommen. Also gut, aber das ist immer ganz schwer, über solche Strafmaße zu befinden, wenn man nicht im Saal war. Da muss man sich wirklich zurückhalten, auf den ersten Blick irritierend, das kann aber gute Gründe geben, wieso der Senat des OLG München so entschieden hat. Genau, beide Verteidiger, also Pflichtverteidiger und auch der Vertrauensverteidiger von Zschäpe haben Revision angekündigt. Ja, das sind ja eine ganze Menge, also es sind ja nicht nur zwei, es ist ein ganzes Team, aber gut, ja. Und diese Revision, glaube ich, die wird vor allen Dingen auf dieser Verurteilung wegen Mittäterin. Als Mittäterin. Als Mittäterin fußen, würde ich, nehme ich dem das, was ich so gelesen habe, denn Zschäpe wurde als Mittäterin verurteilt, obwohl sie nie an einem der Tatorte gewesen ist. Ganz genau. Ja, das klingt auf den ersten Blick merkwürdig. Klingt hart, also es klingt, also lebenslang ist ja mindestens 15 Jahre, glaube ich, dann wird überprüft, ob du, sagen wir mal, auf Bewährung freikommen kannst, aber wenn es halt eine besondere Schwere gibt, dann findet das eben nach 15 Jahren nicht statt. Ja, das wird immer so etwas verkürzt dargestellt. Also grundsätzlich ist das so, wie du gesagt hast, bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe wird nach 15 Jahren erstmals geprüft, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das heißt, lebenslang ist wirklich lebenslang, man ist dann hinterher auf Bewährung draußen, aber immerhin kann man theoretisch nach 15 Jahren wieder freikommen. Die Statistiken gehen so in die Richtung etwa 18 Jahre. Das heißt also, die übliche Verbüßungsdauer, wie das so schön heißt, bei einer in Anführungsstrichen normalen lebenslangen Freiheitsstrafe sind etwa 18 Jahre. Wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann muss diese Mindestverbüßungsdauer von einem Gericht nochmal separat festgestellt werden. Das heißt also, das bedeutet auch nicht, dass man nie mehr rauskommt. Das Bundesverfassungsgericht hat das in den 70er Jahren mal entschieden, dass jeder, wie das so schön heißt, grundsätzlich die Chance haben muss, der Freiheit wieder teilhaftig zu werden. Das ergibt sich aus der Menschenwürde. Das heißt also, bei einer besonderen Schwere der Schuld legt ein Gericht nach 15 Jahren nochmal fest, welche Frist an die Stelle der 15 Jahre tritt. Also normale lebenslange Freiheitsstrafe, nach 15 Jahren schaut man Bewährung ja oder nein. Statistisch etwa 18 Jahre. Bei einer besonderen Schwere der Schuld tritt an die Stelle der 15 Jahre eine Frist, die das Gericht festlegt, eine Strafverstreckungskammer und das sind häufig so, je nachdem wie der Fall liegt, etwa 25 Jahre. Das heißt also, das heißt auch nicht für immer, aber deutlich länger. Vielleicht 5 oder 10, 15 Jahre. Und das verwundert halt deshalb, weil sie halt nie an einem Tatort war, sondern als Mittäterin verurteilt wurde. Genau. Ja, das ist in der Tat interessant. Also man würde sich ja normalerweise vorstellen, Mittäter ist nur, wenn zwei da stehen und beide schießen mit der Pistole auf denselben Menschen, dann sind beide Mittäter. Das ist so quasi der total banale Frage. Gilt das als mutig, dieses Urteil? Die Frage ist, warum gilt das als mutig? Das gilt deswegen als mutig, weil Mittäterschaft eine juristische Konstruktion ist, die man ganz scharf abgrenzen muss von der Beihilfe. Das heißt also, wenn die zentrale Frage dabei ist, hat jemand eine fremde Tat gefördert, dann ist er gehilfe, oder hat jemand eine Tat als eigene begangen, auch wenn er möglicherweise die Tathandlung, also zum Beispiel das Schießen auf einen Menschen nicht selber begangen hat. Und das ist wirklich ganz spannend. Im deutschen Strafrecht gibt es also tatsächlich Konstruktionen, die es ermöglichen, jemanden als Täter zu verurteilen, auch wenn die Tathandlung jemand anderes begangen hat. Und die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass man ja Straftaten auch arbeitsteilig begehen kann, wo also mehrere Menschen wichtige Beiträge leisten, auf Grundlage eines gemeinsamen Tatplans. Und das Schlagwort in diesem Zusammenhang heißt immer Tatherrschaft. Hatte jemand diese Tatherrschaft, also hat er eine Tat als eigene begangen oder hat er eine fremde Tat gefördert? Und da sagt der Bundesgerichtshof dazu, maßgeblich ist dafür das Grad des eigenen Interesses an der Tat, also der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille dazu. Und Tatherrschaft ist, da braucht man zunächst mal einen gemeinsamen Tatplan, also mehrere Menschen müssen sich zusammenfinden und sagen, wir machen das jetzt mal zusammen. Und jeder dieser Mittäter, vermeintlichen Mittäter, muss tatsächlich maßgeblichen Einfluss auf die Tat und maßgebliches Interesse an der Tat gehabt haben. Aber klar, das ist im Einzelfall extrem schwer abzugrenzen. Man muss also alle Aspekte in den Blick nehmen, ja, sonst wäre das aus revisionsrechtlicher Sicht ein sogenannter Erörterungsmangel. Also wenn man wesentliche Aspekte nicht diskutiert in seinem Urteil, dann wird das unter Umständen aufgehoben, weil man dann eben nicht alle Aspekte erörtert hat. Aber zugleich muss man sagen, hat ein Gericht, der sogenannte Tatrichter, also die Leute, die die Beweise erheben, große Spielräume bei der Beweiswürdigung und natürlich auch beim Schreiben der Urteilsgründe. Ein Urteil muss durchaus nicht die gesamte Hauptverhandlung vollständig wiedergeben, sondern es muss nur die wesentlichen Gründe enthalten. Also das ist ein zentraler Fehler. Da habe ich mich auch schon mit Kollegen in Moabit drüber gestritten, die dann immer meinen, sie müssen im Grunde die Hauptverhandlung nacherzählen und schreiben tausend sinnlose Details auf. Man muss nur die wesentlichen Punkte aufschreiben. Das liest man auch ständig übrigens in Revisionsentscheidungen des BGH, dass Richter eben viel zu viel reinschreiben und damit ihr eigenes Urteil kommt. Aber wie ist das jetzt mit dem URG München? Also die haben ja jetzt quasi diese Mittäterschaftsdefinition auf Schäpe angewendet und gesagt, ja, sie ist Mittäter. Würdest du das auch so sehen, dass sie so diesem Kriterium standhält? Also ich finde das ganz schwierig dazu, das wirklich zu beurteilen, eben weil wir nicht im Saal waren. Wir haben diese 800 Zeugen nicht gehört. Wir haben nicht fünf Jahre im Saal gesessen. Deswegen möchte ich mich damit einer eigenen Bewertung zurückhalten. Aber ich denke, die Entscheidung des URG München wirkt aus der Ferne mit diesem großen Vorbehalt, dass wir waren nicht im Saal. Es gibt nur die Aussagen des Richters im Saal, die quasi jetzt wiedergegeben wurden. Also ich finde die Argumentation plausibel. Die Argumentation geht im Prinzip so, die beiden Uwes und Frau Schäpe haben schon 1998 einen gemeinsamen Tatplan beschlossen für ideologisch begründete rechtsextremistische Anschläge. Und deswegen haben sie dann die terroristische Vereinigung NSU gegründet, nationalsozialistischer Untergrund. Also der NSU, nicht die, der NSU. Und das URG sagt, Schäpe war gleichberechtigte Mittäterin dieser Mordserie, denn sie hat eine ganz tragende Rolle gespielt. Und zwar hatte sie mehrere zentrale Funktionen. Sie war die Hüterin des Zufluchtsorts. Sie hat ja den beiden Uwes quasi den Rücken freigehalten, indem sie eine Wohnung quasi aufrechterhalten hat, da den Haushalt geführt hat. Und ohne diesen Zufluchtsort hätte es die Taten so nicht geben können, sagt das URG. Außerdem gab es auch quasi aus ideologischer Perspektive eine ganz zentrale Funktion von Beate Schäpe. Und zwar sollte ja diese Mordserie jetzt zunächst mal geheim gehalten werden. Aber man hat natürlich damit gerechnet, dass das irgendwann auffliegt, dass irgendwann rauskommt, wer es gemacht hat. So ist es ja auch geschehen, so dass sich die beiden erschossen haben in ihrem Wohnmobil. Und in diesem Moment sollten diese ganzen Taten in einen ideologischen Kontext gestellt werden. Daher auch dieses Video. Da gibt es so ein Bekennervideo, so ganz zynisch mit Paulchen Panter, der reihenweise Menschen umbringt. Und dieses zynische Bekennervideo war aus Sicht der beiden Uwes und auch von Beate Schäpe, so jedenfalls das Gericht, ganz zentraler Baustein. Weil quasi im Nachhinein diese ganzen Taten mit einmal Sinn machen sollten. Nämlich Sinn als ein Aufbäumen gegenüber Fremdung Deutschlands. Und Angst verbreiten. Und Angst verbreiten, Verunsicherung schüren und so. Das heißt also, ohne diese dritte Person, die im Zweifel die Bekennervideos verschicken kann, hätten die ganzen Mordtaten überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil es ja nicht nur darum ging, sinnlos Menschen zu erschießen, sondern es ging auch darum, quasi einen kommunikativen Effekt zu erreichen. Irgendwie eine Botschaft drüber zu bringen. Und darauf legt das ORG einen ganz zentralen Akzent in seiner Beweiswürdigung oder in seiner Bewertung der Beweise. Und indem sie nämlich sagen, sie hat zwar nicht geschossen, die Beate Schäpe, aber ohne ihre Mitwirkung hätten die Morde ideologisch keinen Sinn gemacht. Und deswegen ist sie mehr Täterin. Das ist natürlich schon sportlich. Was man sagt, also quasi nur der tiefere Sinn der Mordtaten soll reichen, um ihr Tatherrschaft zu verleihen. Also das ist zumindest sportlich. Das muss man sehr deutlich sagen. Also mutig ist es wahrscheinlich auch deshalb, weil der Herr Götzl, der Richter, quasi auf das Ende seiner Karriere zugeht. Der ist irgendwie jenseits der 60. 64. 64 irgendwie. Also der geht bald in Pension. Und sagen wir mal, ich glaube, es gilt nicht gerade als Auszeichnung, wenn dieses Urteil vom Bundesgerichtshof. Was würde es dann passieren? Kassiert wird? Muss es dann nochmal? Es gibt ganz viele aufgerollt werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn quasi nur die rechtliche Würdigung kaputt ist, sage ich mal, dann könnte der BGH grundsätzlich auch eine eigene Entscheidung treffen auf Grundlage der Feststellung, die das ORG getroffen hat. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass irgendein Fehler bei der Beweiswürdigung passiert ist, also bei der Feststellung der Tatsachen, dann müsste das Urteil völlig aufgehoben werden. Oder jedenfalls teilweise. Man kann natürlich auch ein Urteil aufheben, nur in Teilaspekten gegen einen Angeklagten oder so. Also da gibt es sehr viele verschiedene Konstellationen. Das kann man, glaube ich, überhaupt nicht prognostizieren. Aber es ist jedenfalls sehr, sehr mutig, dass man bei allen zehn Mordtaten zu einer Mittäterschaft gekommen ist. Die Süddeutsche Zeitung weist völlig zu Recht darauf hin, dass man Beate Zschäpe ja auch nur wegen des Anzündens der Wohnung, wegen Mordversuchs, hätte zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilen können. Denn sie hätte ja, wie gesagt, die Wohnung angezündet und in die Luft gesprengt. Und da lebte eben noch eine ältere Dame im Haus, die möglicherweise hätte zu Tode kommen können. Das heißt also, ein Mordversuch zum Nachteil dieser Nachbarin hätte auch grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe tragen können. Insofern kann man sich so ein bisschen fragen, ob das wirklich sein musste. Ja, ob man das Urteil nicht hätte etwas wasserdichter machen können, indem man halt sagt, wir lassen es bei Gehilfenschaft im Hinblick auf die zehn Morde und Bombenanschläge und was da so passiert ist. Also deswegen sagt die Süddeutsche insbesondere auch nicht völlig zu Unrecht, das ist ein sehr mutiges, wenn ich so sagen, fast schon ein verwegenes Urteil. Auf der anderen Seite finde ich diese Zusammenschau der ganzen Umstände, welchen Beitrag Beate Zschäpe geleistet hat, das kann man schon noch aus meiner Sicht jedenfalls als Mithäterschaft bewerten. Es gab ein bisschen Kritik an dem Richter, der quasi ja sein Urteil mündlich begründet hat im Saal und da gab es verschiedene Reaktionen. Also der Vater eines der Opfer ist da quasi, ich weiß nicht, zusammengebrochen, aber er hat angefangen zu weinen und wurde sehr, sehr emotional. Ja, als der Richter geschildert hat, wie sein Sohn umgebracht wurde. Verständlich. Und dann hat er ihn wohl ermahnt, ruhig zu sein und ihm sonst Maßnahmen angedroht, ja, falls er nicht ruhig ist. Währenddessen haben halt Neonazis gejubelt und sind in Klatschen ausgebrochen, als André Emminger quasi, sagen wir mal, mit einer recht unerwartet milden Strafe davongekommen ist und dann sein Haftbefehl auch noch aufgehoben wurde. Sodass er aus dem Saal laufen durfte. Sodass er quasi aus dem Saal laufen durfte und auf freiem Fuß war. Da haben dann eben diese Neonazis auf der Tribüne geklatscht und gejubelt und ja, wurden zumindest offensichtlich nicht in dem Maße zurechtgewiesen, wie halt der Vater des Opfers. Muss ich mir mal vorstellen, ne? So. Und der Richter wird dann immer so als Technokrat geschildert, der halt von so Emotionen völlig überfordert ist und du wusstest nicht so richtig, wie er mit dem umgehen soll. Aber das entschuldigt ja auch nicht alles. So, das war schon, war wohl nicht ganz glücklich. Also ich habe vor einiger Zeit auch mal zusammengesessen mit zwei Anwältinnen, die da Nebenklagevertreterinnen waren und die hatten auch wahrlich kein gutes Wort übrig für den Richter. Die sagten auch, dem fehlt also jede menschliche Größe in dem Verfahren. Also ich kann das nur wiedergeben. Ich war nie dabei. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber die schilderten das so, dass er das eben sehr kalt durchgezogen hat, das Verfahren. Und diese besondere menschliche Dimension, dass da einfach reihenweise Angehörige sitzen, die an geliebten Menschen verloren haben. Das hat er einfach irgendwie nicht gesehen. Ja, oder konnte damit nicht umgehen, wie auch immer. So, jetzt sind diese Urteile also gesprochen. Revision wird wahrscheinlich eingereicht. Aber es bleiben natürlich sehr viele und große offene Fragen. Die größte offene Frage in meinen Augen, die wird ja auch von vielen, sagen wir mal, Hinterbliebenen und Nebenklägern angeführt. Und auch hier vom ehemaligen Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Ich glaube, wie heißt der? Clemens Binninger. Binninger hat das auch gesagt. Die Frage ist ja, war es dieses Trio? Oder war es ein größeres Netzwerk? Gibt es laufender sozusagen jetzt noch Leute rum, die den NSU in der einen oder anderen Form, in dem einen oder anderen Ausmaß unterstützt haben und quasi auch mitgeholfen haben bei diesem Terror? Also da würde ich deutlich sagen, das Verfahren hat ja gezeigt, es gab ein Unterstützernetzwerk. Also einige Leute sind ja auch angeklagt gewesen. Aber das Verfahren hat jedenfalls an ganz vielen Stellen ja Hinweise ergeben auf weitere Unterstützer. und da ist die Bundesanwaltschaft auch sehr hart kritisiert worden, insbesondere von Nebenklagevertreterinnen und Vertretern, weil die immer gesagt haben, nein, die Bundesanwaltschaft hat so quasi wie mit Scheuklappen immer nur den Blick auf die Angeklagten geworfen. Also natürlich ist es zunächst mal Gegenstand eines Strafverfahrens, die Vorwürfe gegen die konkreten Angeklagten aufzuklären. Aber man muss natürlich auch eine gesellschaftliche Funktion eines solchen Strafverfahrens im Blick behalten. Es dient ja ein Stück weit auch dazu, Rechtsfrieden wiederherzustellen. Deswegen weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht so ein ganz kleines bisschen weiter den Blick hätte öffnen können. Zumal man ja sagen muss, das hat auch durchaus möglicherweise jedenfalls Implikationen für die Strafzumessung. Also es ist jetzt noch nicht mal rein irgendwie für die Galerie, für die Geschichtsschreibung, sondern es kann ja durchaus auch innerhalb des Verfahrens einen Unterschied machen, wie groß das Unterstützernetzwerk zum Beispiel ist. Jedenfalls für die Strafzumessung der anderen Unterstützer. Wenn sie jetzt eben vielleicht Teil einer Gruppe waren, ist das möglicherweise anders zu bewerten, als wenn sie alleine handelten. Insofern, da glaube ich, hat die Bundesanwaltschaft so ein bisschen, im Grunde so ähnlich wie Richter Götzl, nur konkret dieses Verfahren im Blick gehabt und hat die menschliche, oder hat die menschliche Dimension und die historische Dimension so ein bisschen aus dem Blick. Vielleicht wollten sie das aber auch handelbar halten. Vielleicht wollten sie das einfach. Das spielte mit Sicherheit eine Rolle, ja. Das spielte mit Sicherheit eine Rolle. Natürlich musste man das Verfahren auch zu Ende bringen. Also ich hätte jetzt, ich kann schon verstehen, dass man jetzt nicht jedem Beweisantrag, der da vielleicht auch wirklich so ein bisschen mal hier und da ins Waage gestellt worden war, was man noch so alles aufklären könnte, dass man dem nicht nachgeht. D'accord, kann ich nachvollziehen. Aber da gibt es schon sehr deutliche Kritik, dass man das da übertrieben. Also es gibt ja, es gab jetzt im ZDF, glaube ich, nach dem Fußballspiel auch so ein ganz, wie ich fand, eine ganz interessante Dokumentation über diese Frage. Was spricht eigentlich dafür, dass es da noch mehr Leute gab? Und da sind doch so Fragen, wie wurden eigentlich diese Opfer ausgewählt? Wurden die zufällig ausgewählt? Dafür gibt es dann sehr viel Fragezeichen, dass dann einige der Opfer nur so an ganz bestimmten Tagen an diesen Ständen gearbeitet haben und sonst war, weiß ich nicht, dieser Verkaufsstand einfach nicht besetzt. Und war es reiner Zufall, dass man da bei Nürnberg, dass die da bei Nürnberg genau zu dieser Zeit vorbeikommen und ihn genau auswählen? Eher unwahrscheinlich spricht viel dafür, dass es eben ausspioniert wurde, dass Informationen gesammelt wurden, wer wann, wo, wie arbeitet etc. Also dass es quasi lokale Unterstützernetzwerke gab an den Tatortstätten, dafür spricht viel. Aber man muss es deutlich sagen, das Verfahren hat da einfach keine Aufklärung gebracht und man kann sich auch die Frage stellen, war das überhaupt wirklich gewünscht? Denn die nächste und vielleicht politisch eigentlich viel relevantere offene Frage ist ja, welche Rolle spielen denn eigentlich Polizei und Verfassungsschutz? Also die Polizei, die in diesen Mordfällen untersucht hat, hat ja interessanterweise quasi in allen Fällen große Fehler gemacht, indem man nämlich zuallererst mal nach irgendwelchen mafiösen Strukturen gesucht hat. Also man hat den denkbaren Hintergrund Rassismus völlig ausgeblendet als Möglichkeit und hat einfach im Grunde allen Opfern zunächst mal unterstellt, mit Ausnahme natürlich der Polizeibeamtin, die erschossen worden ist, hat man einfach den ganzen Opfern mit Migrationshintergrund unterstellt, die seien im Grunde Drogenhändler gewesen oder vielleicht in irgendwelchen mafiösen Fäden verwickelt gewesen. Also im Grunde letztlich gesagt, dass das jetzt mal etwas überspitzt formuliert, das sind Ausländer, die werden schon irgendwie kriminell sein. Und das hat die Familie natürlich unglaublich verletzt. Das heißt also, da gibt es ganz tiefe Gräben, die da aufgerissen worden sind zwischen den Opferfamilien und den Behörden, die sich auch zum Beispiel durch demonstrative Gesten auch von Angela Merkel nicht so richtig haben schließen lassen. Und das heißt also, da lautet der Vorwurf immer, institutioneller Rassismus, dass die Polizei also quasi als Behörde, als Struktur immer davon ausgeht, Ausländer sind im Zweifel selber schuld, weil sie nämlich kriminell sind. Und das ist natürlich überspitzt formuliert. Ich will das jetzt insbesondere auch nicht den einzelnen Handel, den Kripobeamten unterstellen. Das kann man nicht sagen, aber interessant ist es eben schon, dass keine der Mordkommissionen sich überlegt hat, vielleicht ist es ja ein rassistischer Hintergrund. Vielleicht ist es ja sogar eine Serie. Auch die Serie wurde ja lange nicht als solche erkannt. Also das ist schon wirklich interessant. Ich meine, in diesen ganzen Untersuchungsausschüssen, die es dazu ja auch gibt, glaube ich, da ist mittlerweile unzweifelhaft, so habe ich das zumindest jetzt im Destillat verstanden, dass es unzweifelhaft jede Menge Fehler gegeben hat bei den Ermittlungen, auch beim Verfassungsschutz. Das ist immer noch mal ein anderes Thema, Verfassungsschutz. Genau, aber die Frage ist ja so ein bisschen, die ja auch im Raum steht, inwieweit hat der Verfassungsschutz gewusst vom NSU, beziehungsweise gab es mindestens V-Leute, die den NSU unterstützt haben. Und die das wussten. Die das wussten. Gab es vielleicht sogar V-Mann-Führer, die das wussten und es haben gewähren lassen. Und also was ja dann irgendwie auch, ja, also es steht immer noch dieser Verfassungsschützer im Raum, der quasi neben einem dieser Morde saß, in Kassel. Ja, fragt mich auch, wie konnte das sein? War das reiner Zufall? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also das wäre ja sehr viel Zufall gewesen, dass gerade in dem Moment gerade der Verfassungsschützer im Internetcafé sitzt, der mit der Beobachtung des Rechtsextremismus in Hessen befasst war. Also das muss man sagen, die Rolle des Verfassungsschutzes ist sehr dubios. Wie gesagt, den Fall Hessen hast du schon angesprochen, Kassel, der Mann durfte ja auch jahrelang nicht aussagen. Das heißt also, der hessische Innenminister hat verhindert, dass der Mann überhaupt vernommen werden konnte. Und als er dann irgendwann ausgesagt hat, wusste er irgendwie von nichts mehr. Aber zunächst mal wurde er jahrelang quasi gesperrt. Man braucht als Beamter immer eine Aussagegenehmigung und die hat er schlicht nicht bekommen. Vielleicht noch dramatischer, der Thüringer Verfassungsschutz, ja, also quasi ja das Homeland von der NSU-Leute, hat jahrelang ja sogar Menschen im Umfeld des NSU mit erheblichen Geldsummen unterstützt. Das waren quasi Prämien für Auskünfte, die diese V-Leute gegeben haben. Und da wiederum gibt es Kritiker, die sagen, im Grunde hat der Verfassungsschutz sich den NSU finanziert über Bande. Das ist natürlich ein sehr weitgehender Vorwurf, weil er immer so ein bisschen impliziert, dass die Verfassungsschützer wussten, da werden Morde begangen. Das will ich mir nicht so eigen machen, das kann ich nicht einschätzen, ob die das wussten. Sicher ist aber, dass natürlich diese Zahlung an Menschen aus der rechten Szene die rechte Szene stabilisieren. Das ist das alte Problem mit V-Leuten. Ob die Informationen irgendwie valide sind, weiß man nicht. Und jedenfalls ist klar, die Kohle, die man an die V-Leute zahlt, fließt irgendwie in extremistische Kreise. Und deswegen, also einer der vielen Gründe, weswegen das V-Mann-Wesen zu Recht auch so kritisiert wird. Jetzt sagt ja die Bundesanwaltschaft, okay, wir wissen alle, die Geschichte ist noch nicht beendet, aber die haben gesagt, wir ermitteln weiter, auch im NSU-Komplex. Ist das befriedigend? Also das ist zunächst mal natürlich ihre Aufgabe. Also wenn es darum, wenn es um den Vorwurf geht, Bildung einer terroristischen Vereinigung zum Beispiel, dann ist das grundsätzlich mal die Aufgabe, also ab einer gewissen Relevanz ist das die Aufgabe des Generalbundesanwalts, da die Ermittlungen zu führen. Das ist natürlich gut und richtig, dass sie das tun. Ich bin nicht so ganz sicher, ob da noch irgendwas bei rauskommt, aber natürlich ist es gut, dass jetzt die Behörde, die in diesen NSU-Komplex so tief eingearbeitet ist, die Ermittlungen weiterführt. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass man das vielleicht auch mit ein bisschen mehr quasi Verständnis für den politischen Kontext tut. Wenn man also wirklich versucht, sich klarzumachen, was das eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn es eine rechtsradikale Terrorzelle gibt, die natürlich möglicherweise auch weitermorden kann, auch wenn jetzt die drei Köpfe und einige Unterstützer in Haft sind oder tot sind, heißt das ja nicht, dass die Strukturen zerschlagen sind. Möglicherweise, wenn jetzt, um bei dem Beispiel Nürnberg zu bleiben, wenn es in Nürnberg eine lokale Zelle gab quasi, die ausgespäht hat, möglicherweise gibt es die ja immer noch. Was machen die Leute denn heute? Sind die jetzt alle irgendwie in den Ruhestand gegangen als Nazis oder als Naziterroristen? Das war auch gegeben, da dachte man Schläfer und gelöst und dann kamen die neue Generationen. Genau, bei der RAF gab es immerhin, also je nachdem, wie man das zählt will, mindestens drei Generationen, drei verschiedene Terrorwellen und also die Bader-Meinhof-Bande und dann die 70er und die 80er und dann, wenn man so will, in den 90ern gab es auch nachklappen, Stichwort Detlef, Carsten Rohwerder und so oder das war glaube ich 88, egal, also da gab es also verschiedene, oder Rohwerder, Treuhand, nee Treuhand, das war 91, wenn ich, also genau weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall gab es bei der RAF auch verschiedene Wellen und für mich ist das alles andere als klar, dass jetzt der Rechtsterrorismus in Deutschland damit Geschichte ist, also überhaupt gar nicht. Wir bleiben bei einem Jura-Thema, Philipp. Herr Putschdemon. Putschdemon. Herr Putschdemon ist ja noch in Deutschland, ne? Ja. Ah, bewegt sich auch in Berlin. Er war ja sozusagen vor einigen Wochen in Schleswig-Holstein verhaftet worden. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Ganz spektakulär. Also was ist er eigentlich? Ist er Präsident? Nee, was ist er denn? Regierungschef? Er war doch Regionalregierungschef der Region Katalonien. Katalonien. Und ist dann quasi geflohen, weil die Spanier ihn wegen mehr oder weniger Hochverratung und Rebellion anklagen wollten oder angeklagt haben, glaube ich. Und dann ist er halt durch Europa geflohen, war dann irgendwann in Schleswig-Holstein, wurde verhaftet, war dann auf Kaution, auf freiem Fuß, unter anderem auch in Berlin. Aber Spanien wollte natürlich die Auslieferung, das haben wir hier auch schon mal thematisiert. Und er soll halt, wie gesagt, wegen Rebellion soll ihm der Prozess gemacht werden in Madrid. jahrzehntelange Haft ist da möglich. Und das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein hat jetzt gesagt, ja, wir liefern aus, aber nicht wegen Rebellion. So ist es. Das OLG Schleswig hat in der Tat dem Auslieferungsersuchen zugestimmt, aber eben nur wegen des Vorwurfs der Untreue. Das ist insofern ganz spannend, als im Auslieferungsrecht das sogenannte Spezialitätsprinzip gilt. Das heißt also, der Staat, der die Auslieferung möchte, in diesem Fall Spanien, darf, wenn die Person ausgeliefert wird, später nur wegen derjenigen Vorwürfe dem Prozess machen, wegen derer ausgeliefert worden ist. Und Deutschland liefert jetzt eben nur aus wegen Untreue. Damit können auch die Spanier in einem Verfahren nur diesen Vorwurf der Untreue erheben, dürfen also den Vorwurf der Rebellion nicht mehr erheben. Und das hat ganz massive Auswirkungen auf die Straferwartung, denn bei Rebellion wäre unter Umständen jahrzehntelange Haft möglich gewesen. Bei Untreue wird Putschtemann deutlich früher wieder vor. Und müssen Sie es daran halten? Daran müssen Sie sich halten. Also klar, wir können jetzt in Spanien ein, wenn die das nicht tun. Aber das ist jedenfalls völkerrechtlich zwingend und ich gehe fest davon aus, dass Spanien sich daran auch halten wird. Hintergrund des Ganzen ist so eine Art Prüfung der Strafbarkeit in Deutschland. Also man liefert eben nur aus wegen Vorwürfen, die auch in Deutschland grundsätzlich strafbar wären. Und Rebellion haben wir auch, du hast das Stichwort schon genannt, das heißt bei uns dann allerdings Hochverrat. Es setzt allerdings sowohl in Spanien als auch in Deutschland Gewalt voraus und Putschtemann hat ja im Grunde nur als Politiker gehandelt. Das heißt, er hat Gewalt nicht selber ausgeübt und auch nicht zu Gewalt aufgerufen. Und deswegen hat das ORG Schleswig gesagt, nein, diese Vorwürfe des spanischen Ermittlungsrichters, die sind völlig absurd. Rebellion kann man ihm nicht vorwerfen, deswegen Auslieferung nur wegen Untreue. Und das macht den Fall so ein bisschen spannend, denn wie gesagt, die spanische Justiz hat diesen Vorwurf der Rebellion angenommen. Und also ich kann nun persönlich nicht so richtig gut Spanisch, deswegen könnte ich das nicht einschätzen. Aber jemand, dem ich zutraue, das genau zu prüfen, Herr Garcia aus Mannheim, glaube ich, der diese sehr empfehlenswerte Seite de jure.org betreibt, also eine Gesetzessammlungsseite, der hat sich das mal ein bisschen genauer angeschaut, hat die Haftbefehle genauer gelesen und sagt, dieser Rebellionsvorwurf ist völlig absurd, weil sie dem Putschdemont im Grunde jede Gewalttat, die irgendwelche Leute auf der Straße begangen haben, zurechnen, so als hätte Herr Putschdemont diese Gewalt selber begangen. So einfach ist das nicht und deswegen hat das ORG gesagt, das funktioniert nicht, das ist nicht mehr rechtsstaatlich, sondern man muss schon auf das schauen, was Putschdemont selber gemacht hat oder was er auch wollte und er wollte keine Gewalt, aber er wollte eben Geld ausgeben für dieses Referendum und dieses Ausgeben von Geld für das Referendum sagt die spanische Justiz und sagt auch das ORG Schleswig, das könnte strafbar sein, einfach weil das Referendum nach spanischem Recht illegal war. Theresa May hat nach anderthalb Jahren Brexit-Votum ein White Paper vorgelegt, 104 Seiten, was bisher der längste und wohl detaillierteste Text ist darüber, wie sie sich zumindest ein Brexit vorstellen kann. 104 Seiten hat es, White Paper wird es genannt, im Kabinett hat sie es durchgebracht, aber dann sind sofort zwei Minister zurückgetreten, der Brexit-Minister und Boris Johnson der Außenminister und wird so allgemein als Chaos und Tovabo bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen eine Klärung der Verhältnisse ist. Jetzt hat sie halt in ihrem Kabinett zwei Leute weniger die Nerven, aber ich dachte, es wäre vielleicht mal zumindest skizzenhaft, das habe ich zumindest immer vermisst, so in der Berichterstattung durchaus mal sinnvoll, zumindest so ein paar Stichworte aus diesem White Paper zu skizzieren. Der Guardian hat das so ganz gut zusammengefasst. Also es ist sozusagen, wenn ich das so richtig verstehe, quasi ein Plan, ein White Paper, was eigentlich einen relativ, sagen wir mal, moderaten und weichen Brexit. skizziert. Sie sagt, da heißt es a principled and practical Brexit. Also es soll ein praktikabler Brexit sein, was ja auch schön ist. Würde mich fragen, wie ein unpraktikabler Brexit wohl aussieht. Also aber immer noch mit dem Mantra, dass UK also wieder Kontrolle über Gesetze und Grenzen und Geld bekommen soll und diesen Plan, der soll jetzt halt mit der EU-Kommission verhandelt werden und vor dem 29. Mai 2019 dann also abgestimmt werden. Ob das kommt, ist fraglich, aber es sind zumindest jetzt mal so für einige Bereiche doch relativ detailliert skizziert, wie die sich das zumindest vorstellen. Und da gibt es zum einen natürlich den Bereich Wirtschaft und da sagen sie, also bisher haben wir ja einen freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistung. Ja, dass wir also, jeder kann hinfahren in der EU und dort arbeiten und Geld mitnehmen und Produkte verkaufen und eben auch seine Dienstleistung anbieten. und das will dieser Plan halt deutlich einschränken. Es soll halt nur noch einen freien Warenverkehr geben, ja, also dass man Waren hin und her fahren kann, ohne zwischen den Grenzen von Großbritannien und der EU große Zollerklärungen zu machen. So sollen halt beispielsweise Produkte, die in UK zugelassen sind, auch in der Union verkauft werden können und umgekehrt. Beispielsweise wird da genannt irgendwie Autozulassung, Typenzulassung. Dienstleistungen sind davon ausgenommen, da soll es sozusagen ein extra, ja, also, wenn wir unsere Dienstleistung da anbieten, dann soll es dafür ein extra Abkommen geben. Finanzdienstleistung zum Beispiel ist so genannt, da soll es dann aber identische Regelungen geben, ja, wo man sich so vorstellen kann, es wird ein extra Abkommen geben, in dem es aber, in dem aber weitgehend identische Regelungen übernommen werden, wie es heute der Fall ist? Fragezeichen. Fragezeichen. Keine Ahnung. Ja, Zoll. Das ist zum Beispiel so ein umstrittener Punkt. Wir hatten das ja gesagt, große Frage ist, wie soll das gehen, wenn die, wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, wie soll das gemacht werden, ohne dass zwischen Irland, dann immer noch EU, und Nordirland, Großbritannien, eine Grenze entsteht, eine Außengrenze, die man auf jeden Fall verhindern will, wegen dieser ganzen politischen Verwicklungen und Zwissigkeiten, die da drohen, haben wir tausendmal geschildert und der Plan von May ist jetzt, Großbritannien kassiert an seinen eigenen Außengrenzen EU-Zölle für Waren, die in die EU gehen sollen und für Waren, die in Großbritannien bleiben sollen, kassieren sie eigene Zölle und falls es dann doch mal, sagen wir mal, unklar ist, wohin die Ware geht, wird halt der höhere Zoll kassiert und falls es dann doch in eine Destination geht, wo der niedrige Zoll sozusagen hätte veranschlagt werden müssen, soll das verrechnet werden. Das klingt schon kompliziert und Elmar Broek, der sozusagen der Brexit-Beauftragte der Union im Europäischen Parlament, Was sagt der dazu? Der sagt dazu folgendes, heute im Deutschlandfunk, Da wissen wir noch nicht, ob da was funktionieren kann, da gibt es doch erhebliche Zweifel, ob das ausreichend ist und ob das praktikabel überhaupt ist. So wollen sie halt vermeiden, dass sie quasi in Nordirland und zwischen Irland und Nordirland eine Grenze machen, sondern dass sie einfach sagen, wenn Produkte nach Nordirland reinkommen, dann kassieren wir einfach EU-Zoll und lassen das meinetwegen auch nach Irland weiter und verhindern so, dass es da eine Grenze geben soll. Nahrung und Landwirtschaft ist ein anderes Kapitel, was behandelt wird. Da schlägt May so ein gemeinsames Regelbuch für Lebensmittel und Landwirtschaft vor. Das bedeutet also, dass Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte beispielsweise auch relativ frei ausgetauscht werden können, dass sie beispielsweise gleich gelabelt werden, das gleiche, das ähnliche Verfahren für so Labeling eingeführt wird. Ist es ein Ökoprodukt oder ist es kein Ökoprodukt? Solche Sachen, also da werden viele Bereiche genannt, wie Chemikalien, Luftfahrt, Arzneimittel, wo Großbritannien ganz klar sagt, wir wollen bei den Behörden weiter mitmachen, wir wollen auch weiter zahlen und wir wollen auch sehr ähnliche Regelungen beibehalten. Ganz anders sieht es aus bei der Bewegungshaltung von Personen, die soll enden. Also, dass man halt nicht mehr einfach als EU-Bürger nach Großbritannien gehen kann und dort arbeiten kann, sondern du kannst halt höchstens visafrei als Tourist hinfahren, sollen Studienaufenthalte, sollen ermöglicht werden. Du kannst auch kürzere Geschäftsreisen machen, aber im Prinzip soll diese Bewegungsfreiheit, diese völlige Bewegungsfreiheit, so wie sie wir heute haben, dann enden. Sicherheit ist ein anderes Thema noch. Daten und Infos sollen weiter ausgetauscht werden. Großbritannien will in Europol bleiben. Das ist alles noch sehr vage, aber es ist das Dichteste, was wir bisher haben. Und Elmer Broek, wie gesagt, Unionsbeauftragter im Europaparlament für den Brexit, sagt so insgesamt dazu. Jetzt können wir darüber konkret verhandeln und ich glaube, es ist ein Vorschlag, den man nicht zu 1 zu 1 nehmen kann, aber der doch eine gute Verhandlungsgrundlage ist. So, da ist jetzt die Frage, ist es dieses klassische Rosinenpicken, wonach es immer aussah? Wir wollen sozusagen das Gute von der EU behalten, ohne Geld zu zahlen, ohne die Regeln zu übernehmen, ohne uns an Gesetze zu halten, die in der EU beschlossen werden. Oder ist das tatsächlich ein valider Verhandlungsvorschlag? Also ich glaube, dass es Letzteres auch ist. Es ist natürlich ein valider Verhandlungsvorschlag, aber es ist zugleich auch so ein bisschen wünscht dir was. Also jetzt hat sich im Grunde die britische Regierung mal aufgeschrieben, so wie so ein idealer Brexit aussehen könnte aus ihrer Perspektive. Und das ist genau das, was du gerade schon gesagt hast, Philipp, ist das Rosinenpicken. Man möchte eben gerne die Vorteile des Binnenmarkts, man möchte aber nicht die Vorteile zum Beispiel der Freizügigkeit der Personen. Und das wird nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, das kann man ganz deutlich so sagen. Sonst müsste die EU im Grunde ihr zentrales Verhandlungsziel aufgeben, wonach es hinterher sich für Großbritannien nicht lohnen darf. Das haben wir ja schon verschiedentlich diskutiert im Kontext des Brexit. Natürlich hat die EU nicht nur die Perspektive, das muss irgendwie mit Großbritannien funktionieren, sondern sie muss natürlich auch quasi die Attraktivität der eigenen Organisation im Blick behalten. Und wenn jetzt unterm Strich, um jetzt mal die Trumpsche Doktrin oder die Trumpsche Terminologie zu verwenden, wenn unterm Strich Großbritannien den besseren Deal kriegt durch einen Brexit, als es die anderen dann noch 27 Mitgliedstaaten der EU haben, dann ist völlig klar, dass sich die EU auflösen wird. Oder jedenfalls, dass es enorme Auflösungserscheinungen gerade an den Rändern geben wird. Stichwort Polen, Ungarn. Die Staaten, die rechtsstaatlich ohnehin schon, sagen wir mal, sich weitgehend ins Abseits gestellt haben, die ja von der EU jetzt auch langsam sanktioniert werden, die werden natürlich sagen, okay, dann steigen wir auch aus und bleiben nur im Binnenmarkt. Aber diese ganze Demokratie und diese ganze Rechtsstaatlichkeit und diese ganzen Geschichten, da haben wir nicht so richtig Bock drauf. Und deswegen glaube ich, ist das valide quasi als Wunschvorstellung der Briten. Und das ist zugleich aus meiner Sicht völlig unrealistisch. Sonst gibt sich die EU wirklich auf. Aber ist es denn, also ich frage mich denn, ist es denn auch aus britischer Sicht wirklich ein Rosinenpicken? Ist es nicht einfach ein Kompromiss zwischen diesem politischen Zug, der ausgleichsgesetzt wurde, mit diesem Referendum, hinter das May nicht mehr zurück will? Genau, will. Da bist du ja schon beim entscheidenden Punkt. Also man könnte ja auch sagen, wir schauen jetzt mal, was man verhandeln kann als Brexit, als Terms, also wie quasi so die wesentlichen Aspekte eines Austrittsabkommens, wie die aussehen. Und dann stellt man das einfach nochmal zur Abstimmung. Also im Grunde hat das Volk gesagt, wir wollen raus aus der EU. Aber es hat ja im Grunde nicht so richtig gesagt, was das eigentlich bedeuten soll. Das Volk hat nur gesagt, wir wollen da raus. Aber was das im Einzelnen bedeuten soll, weiß keiner. Und man muss ganz ehrlich sagen, das haben wir in der Lage ja auch schon verschiedentlich diskutiert, die Leute haben sich total was vorgemacht. Die haben sich alle Wunschvorstellungen, die wurden belogen und betrogen von den Brexiteers. Und sie haben sich natürlich auch was in die Tasche gelogen. Was man so alles erreichen kann im Rahmen eines Brexit. Und dann würde ich doch ganz ehrlich sagen, die faire oder ehrliche Lösung wäre doch zu sagen, jetzt schaut man mal, was man verhandeln kann. Und dann geht man mit einem solchen Brexit-Agreement wiederum zum Souverän und sagt, liebe Menschen in Großbritannien, wollt ihr mit diesen Spielregeln aussteigen? Ja oder nein? Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Zumindest das Parlament wird ja darüber entscheiden müssen. Das Parlament wird abstimmen müssen, ja. Wobei das natürlich in dem Parlament gibt es, und das ist das perfide auch an diesem Referendum, im Parlament gibt es natürlich eine starke Strömung, die sagt, wir müssen das Referendum irgendwie umsetzen. Ja, wie gesagt, obwohl die Menschen ja letztlich nicht wussten, worüber sie abstimmen. Sie haben ja nur gesagt, wir wollen da raus. Aber was das konkret bedeuten soll, weiß keiner. Und das wusste damals keiner. Und wenn ich das so richtig sehe, gibt es momentan keine Mehrheit für nichts. Also weder hat Hitler May eine Mehrheit für so einen soften Brexit, noch gibt es eine für einen harten Brexit. Richtig. Also das Ding ist halt einfach, es gibt natürlich so einen Automatismus hin auf einen harten Brexit. Also wenn gar nichts passiert, auch das haben wir, das war ja so die Frühphase der Lage, als wir den Brexit ausführlich diskutiert haben, gab es auch ein super, sag ich jetzt mal, ein super Interview mit Sven Giegold damals, einem Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament, der sehr viel eingeordnet hat. Vielleicht kann man die alten Folgen da auch nochmal verlinken. Ja, Chiara kann die vielleicht nochmal einstellen. Das ist halt das Ding, also wenn man gar nichts macht, wenn einfach jetzt nur die zwei Jahre ab der Austrittserklärung vom Frühjahr 2017 ablaufen, wenn also einfach, ich glaube der März, Ende März 2019 ist und es gibt kein Abkommen, dann ist Großbritannien halt einfach draußen. Und zwar, das ist dann der ganz harte Brexit, wo Großbritannien handelsmäßig so schlecht steht, wie kein anderer Staat der Welt. Donald Trump hat ja gesagt, kein guter Plan, wenn ihr das macht mit der EU so, wie das jetzt in dem White Paper angedeutet ist und vorgeschlagen ist, dann wird es wahrscheinlich mit uns, den USA, mit mir, Donald Trump, kein bilaterales Abkommen geben, weil dann müssten wir ja uns auch wieder mit der EU aussetzen, was wir nicht wollen. Genau, das ist natürlich, muss man sehen, das ist natürlich wieder auch Taktik von Donald Trump, der ja sich auf die Fahnen geschrieben hat, andere Staatengemeinschaften möglichst zu destabilisieren, Abkommen zu destabilisieren und weil er sich grundsätzlich mal ausrechnet, dass er in bilateralen Vereinbarungen zwischen den USA und einem anderen Staat über den besten Deal raushandelt, ja, das ist ja so die Trumpsche Terminologie, Deals zwischen Staaten und deswegen hat Trump als strategisches Ziel, die EU möglichst zu schwächen und zu kaputt zu machen, insofern, das ist perfide, aber aus seiner Sicht irgendwie logisch und deswegen, klar, setzt natürlich Donald Trump die Briten jetzt an dieser Stelle unter Druck und sagt, wenn ihr so nah an der EU bleibt und quasi einen weichen, abgefederten Brexit nur durchzieht, dann gibt es auch keine Bonbons aus Washington. Donald Trump hat diese Woche auch hier in Europa für viel Aufsehen erregt, jetzt nicht nur im Rahmen des Brexit, sondern auch, weil es ein Treffen der NATO gab und da, ja, hat er sich benommen, wie Donald Trump sich so benimmt. Im Kern war Thema, wichtigstes Thema, denke ich, waren die Verteidigungsausgaben, das ist ja ein beliebtes Thema von Donald Trump, nämlich die Forderung, dass alle NATO-Partner, so wie das ja auch eigentlich in der NATO vorgesehen ist, doch bitteschön zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssen, glaube ich, da ist, in den NATO-Verträgen ist es so sinngemäß formuliert, sollen danach streben, das ist nicht verpflichtend, aber so bitte sollen anstreben, zwei Prozent auszugeben. Deutschland liegt momentan bei 1,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Merkel hat jetzt, sagen wir mal zugesagt, bis 2024, also in sechs Jahren 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben und zwei Prozent wären aber doch deutlich mehr, also als Zahl mal für nächstes Jahr, 2019 sind für die Verteidigung knapp 43 Milliarden, 42,9 Milliarden eingeplant und zwei Prozent würden 80 Milliarden bedeuten, also fast eine Verdopplung. So, und das glaube ich, da sind sich viele in Deutschland einig, das ist unrealistisch, das wird nicht passieren, aber 1,5 Milliarden sind dann auch schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu heute. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, es hat glaube ich keine konkreten Zusagen dort auf dem NATO-Gipfel gegeben von Nationalstaaten, von anderen NATO-Mitgliedern, so, ja, wir machen das, um so und so viel, bis dann und dann. Soweit wir wissen nicht. Soweit wir wissen nicht. Trotzdem ist Donald Trump natürlich mit einem breiten Grinsen abgereist und hat gesagt, das sei alles super gut gelaufen und seine Strategie habe Erfolg gehabt und das ist die Frage, ist es das? Also, seine Bahn war so, wie wir das schon kennen, vor dem Gipfel hat er gegen Deutschland gekeilt, wegen dieser Gaslieferung und dieser geplanten Pipeline durch die Ostsee ist Deutschland eben ein riesen Problemfall und so eine Art Lakai oder Kolonie der Russen, weil wir völlig abhängig sind von ihren Gaslieferungen. Ja, also ich finde das, ich finde das wirklich interessant zu schauen, dass der Donald Trump eben einfach schon auf eine gewisse Weise auch viel besser ist, als man so denkt. Man denkt ja immer, das ist so ein kleiner Spinner, der völlig erratisch agiert, das denken jedenfalls viele. Ich glaube, das kann man nicht sagen, das ist doch kein Zufall, dass Donald Trump auf einen NATO-Gipfel fährt und dann im Vorfeld erstmal Deutschland fertig macht und so tut, als Deutschland im Grunde so eine Art russische Kolonie. Da weiß jeder, natürlich auch Donald Trump, dass das Quatsch ist, nur wegen so ein paar Gaslieferungen lassen wir uns natürlich nicht von Moskau diktieren, was wir zu tun und zu lassen haben. Das weiß auch Donald Trump. Ja, der hat ja sicherlich sehr, sehr gute Berater und der hat auch vor allem das Auswärtige Amt in Washington hinter sich, also das State Department. Die werden ihn da schon briefen. Die wissen natürlich, dass es diese Abhängigkeit nicht gibt oder dass die nur einen geringen Einfluss hat. Trotzdem keilt er so aus und warum tut er das? Na ganz einfach, weil er Deutschland rhetorisch in die Defensive bringen will, vor Verhandlungen, wo er einfach damit rechnet, dass insbesondere Deutschland Zugeständnisse machen müsste. Merkel hat ja gesagt, also ich bin in der DDR aufgewachsen, ich weiß ganz gut, wie sich das anfühlt, sinngemäß in einer sowjetischen Kolonie unter sowjetischer Herrschaft aufzuwachsen und da sind wir noch nicht. So, die war da relativ cool und zu diesen Forderungen zwei Prozent hat sie ja gesagt, ja wir werden Ausrüstung verbessern, aber nicht explizit, ich wiederhole das hier nochmal ganz deutlich, Aufrüstung nicht, sondern Ausrüstung. So, das war so ihr Mantra und ja, also wir haben uns ja auch überlegt, wie gehen, wie ist so uns, also das eine ist ja die Frage, hat diese Verhandlungstaktik, wenn man sie so nennen mag, von Donald Trump Erfolg? Ja, ich meine, die Süddeutsche glaube ich hat es beschrieben, alle Staats- und Regierungschefs da auf der NATO haben Trump so ein bisschen als klinischen Fall betrachtet und mit dem man halt vorsichtig umgehen muss, damit der nicht völlig tilte. Also klinischer Fall im Sinne von geisteskrank, muss man so deutlich sagen. Ein bisschen ja, so narzisstischer Egoman. Behandlungsbedürftig. Trotzdem ist er natürlich amerikanischer Präsident mit einem Twitter-Account, deswegen muss man ihn in Handle with Care. Ja, genau. Also der hat nicht nur den roten Knopf, er hat auch eine Twitter-App. Also, aber die Frage ist natürlich, hat er jetzt mit diesem rüpelhaften Auftreten, über das sich natürlich alle empören, nicht doch unterm Strich Erfolg? Denn dieses Thema mehr Verteidigungsausgaben ist jetzt in aller Munde, alle haben sich mehr oder weniger doch dazu bekannt, etwas mehr auszugeben, auch wenn sie keine konkreten Zahlen genannt haben. Angela Merkel hat es gesagt, wie gesagt, zwei Prozent bis 2024, hat es nicht doch Erfolg? Ja, ich denke, ich denke, das muss man so deutlich sagen, das tut ja so ein bisschen weh, ja, das so zuzugeben, aber ich glaube, dieser extrem aggressive Verhandlungsstil, der führt zumindest von einem, zu so einer Art Vermeidungsverhalten, wie du es gerade gesagt hast. Also man redet eigentlich nicht mehr mit Trump, also jedenfalls, soweit man das von außen sagen kann, man redet nicht mehr so stark mit Trump im Sinne von, man konfrontiert sich und findet einen gemeinsamen Weg, nicht, sondern alle versuchen sich irgendwie wegzuducken, genau wie du es beschrieben hast, damit der nicht in die Luft fliegt. Und das führt natürlich zu so einer gewissen Störung der diplomatischen Balance. Ich meine, die USA waren immer schon der stärkste Player am Tisch bei der NATO. Das war immer schon klar, dass das die Führungsmacht des westlichen Bündnisses ist. Aber inzwischen scheint es mir doch so zu sein, dass keiner mehr sich richtig traut, was dagegen zu sagen. Und man könnte ja ein starkes Argument bringen gegen diese letztlich willkürlich gesetzten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die angeblich jeder in Verteidigung investieren soll. Klar, da gibt es so eine Art Deal in der NATO, also das ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber man kann ja die Berechtigung dieser Zahl zum Beispiel schon infrage stellen. Also beispielsweise kann man ja mit dem, kann man das Geld mehr oder weniger sinnvoll ausgeben und man kann auch zum Beispiel eine mehr oder weniger sinnvolle Außenpolitik betreiben. Oder man kann auch eine mehr oder weniger sinnvolle Entwicklungshilfepolitik betreiben. Genau. Man könnte zum Beispiel sagen, weil das Entwicklungshilfebudget müsste im Grunde in die Verteidigungsausgaben eingerechnet werden und dann stehen wir im Zweifel nicht schlecht da. Ich habe, das haben wir jetzt nicht ausgerechnet, aber das finde ich wäre eine sehr plausibel Überlegung. denn wenn man, wenn man Entwicklungshilfe plausibel einsetzt, ja, dann kann man im Zweifel das auch erreichen, dass es einfach weniger Konflikte gibt. und Merkels Argument ist ja auch, wir sind der zweitgrößte Nettozahler nach den USA in der NATO. Wir sind in Afghanistan engagiert, also so nach dem Motto, wir sind da für die USA auch in den Krieg gezogen. Also darüber kann gestritten werden, aber unterm Strich steht eben schon, dass das jetzt, sagen wir mal, zumindest eine, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben in der NATO zumindest Konsens zu sein scheint. Und wir haben uns jetzt ja auch gefragt, ja, was heißt denn das jetzt? Zwei Prozent, wir haben es am Anfang gesagt, 80 Milliarden, fast eine Verdoppelung. Fast eine Verdoppelung. Das ist unrealistisch und ich glaube, das ist in Deutschland nicht durchsetzbar, aber eine Erhöhung auf 1,5 Prozent, auch wenn das mehr Verteidigungsausgaben sind, da würde ich sagen, also man kann nicht A sagen, ohne auch B zu sagen. Wenn Deutschland sich entscheidet, eine Armee, eine Bundeswehr zu haben, dann müssen sie dafür sorgen, dass die auch funktioniert, dass die Leute unter guten Bedingungen arbeiten, dass sie halt Waffensysteme haben, die funktionieren, Hubschrauber haben, die fliegen, Flugzeuge haben, die fliegen, Gewehre, die auch schießen. So, da kann man jetzt rumkritisieren an Militär insgesamt, aber wenn wir so eine Bundeswehr haben, dann muss man dafür sorgen, dass sie funktioniert. Momentan funktioniert sie schlecht und deswegen finde ich es legitim zu sagen, wir rüsten nicht auf, aber wir rüsten besser aus. Und deswegen finde ich das nachvollziehbar zu sagen, okay, wir haben halt 1,5 Prozent Verteidigungsausgaben bis 26. Also ich denke, das ist vor allem auch eine Verantwortung, die man wahrnehmen muss gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Du kannst halt einfach keine Menschen für Deutschland in den Krieg schicken, die dann letztlich, das muss man immer dazu sagen, die letztlich ihr Leben riskieren, wenn du sie nicht vernünftig ausrüstest. Das kann irgendwie nicht wahr sein. Und was man da teilweise so an Ausbild, Quatsch, an Ausrüstungsmängeln in der Presse lesen kann, dass man irgendwie von 20 Flugzeugen nur zwei fliegen können und so, das irritiert einen ja schon sehr, das muss man schon ehrlich sagen. Insofern, da bin ich bei dir, Philipp, wenn schon Bundeswehr, dann lieber nicht mehr aufrüsten, sondern das, was man hat, irgendwie auch wirklich einsatzbereit halten. Wäre so meine These. Aber ich bin wahrlich kein Verteidigungsexperte, aber ich glaube, das macht auch irgendwie Sinn. Zum Schluss haben wir noch ein Thema, was dir besonders am Herzen lag. Ja, was heißt mir am Herzen? Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das unter der großen Überschrift Rechtsstaatlichkeit wichtig ist. Erzähl mal, worum es geht. Also es gibt im Grunde zwei Fälle in den vergangenen Tagen, in denen Durchsuchungen stattgefunden haben. Und diese Durchsuchungen, Hausdurchsuchungen, Bürodurchsuchungen finden wir beunruhigend. Wir konzentrieren uns jetzt auch mal auf den Fall der Zwiebelfreunde. Was sind die Zwiebelfreunde? Ja, schöner Name. Der Zwiebelfreunde ist ein gemeinnütziger Verein, der insbesondere Tor-Server betreibt. Tor ist, kennt man vielleicht, dieses Anonymisierungsnetzwerk, das zum Beispiel Regimegegner in vielen Staaten der Welt einsetzen, um überhaupt im Internet surfen zu können. Und Zwiebelfreunde spielt auch an auf das Logo. Also Tor hat so eine kleine Zwiebel als Logo. Das symbolisiert so das technische Prinzip von diesem System. Onion Routing, genau. Und diese Zwiebelfreunde sind ein Verein und die Leute, die in diesem Verein aktiv sind, die leben in Augsburg, in Jena und in Dresden. Und in diesen drei Städten wurden jeweils Wohnungen und Büros von der Polizei auseinandergenommen. Und zwar ganz durchsucht, morgens um sechs, irgendwie die Leute aus dem Bett geschmissen, die gesamte IT-Ausrüstung beschlagnahmt und so weiter und so weiter. Und da würde man jetzt denken, waren die Zwiebelfreunde jetzt irgendwie eine terroristische Vereinigung? Nee, ganz im Gegenteil. Drogen vertickt. Bomben geworfen, weiß der Himmel. Ja, Menschenhandel, nix. Die Zwiebelfreunde haben überhaupt nichts falsch gemacht. Das sagt nicht mal die Polizei. Die Zwiebelfreunde sollen nur Zeugen sein in einem Verfahren wegen einer möglicherweise problematischen Website. Was ist passiert? Es gab eine Website im Internet, anonym, mit einem Aufruf gegen den AfD-Parteitag in Augsburg, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat, ich glaube Augsburg war es, ne, zu protestieren. Ja, und da ist so ein bisschen fraglich, ob diese Website strafbar ist oder nicht. Die Polizei sieht da drin, den Anfangsverdacht einer öffentlichen Aufforderung zu straft hat. Das ist natürlich nicht schön. Ja, du darfst nicht öffentlich sagen, acht mal irgendwie. Werf die Steine oder schlag die Steine ein. Stand auch nicht drauf auf der Seite. Ich habe mir die mal angeguckt. Also schon bevor das hier hochgekocht ist, habe ich mir die Seite mal angeguckt, weil er mir einen Journalist, die geschickt hat mit der Frage, ob er auf die verlinken darf. Ich sage, kann man machen. Ist nicht schön, weil das teilweise ist es so ein bisschen im Grenzbereich, ob die jetzt so Gewalt aufrufen, ja oder nein. Klar steht es nicht drauf, kann man aber so interpretieren. Deswegen, also diese Seite ist so hart an der Grenze der Aufforderung zu Straftaten. Aber selbst wenn, selbst wenn sie den Betreiber der Seite kriegen würden, Aufforderung zu Straftaten, was mag das geben? Ja, Geldstrafe oder so. Ja, also, weißt du, wir haben es jetzt hier nicht mit Schwerkriminalität zu tun. Okay, die Zwiebelfreunde, die sollen das aber gar nicht gemacht haben. Wie gesagt, es ist kein Vorwurf, dass die Zwiebelfreunde diese Webseite begeben haben? Die Zwiebelfreunde haben folgendes gemacht. Die Zwiebelfreunde haben Geld gesammelt für einen Provider namens RiseUp. Und dieser Provider RiseUp betreibt Zehntausende von E-Mail-Konten und eine dieser E-Mail-Adressen war als Kontaktadresse angegeben auf dieser Website. Also, es ist eine Webseite mit zumindest fragwürdigen strafrechtlichem Inhalt. Dort ist der Betreiber nicht so richtig auszumachen, weil er eben Tor Onion Routing benutzt. Das haben sie noch nicht mal gemacht. Nein, das ist eine ganz normale Webseite. Das hat mit Tor nichts zu tun, nicht das Geringste. Nein, das ist ja der Witz, Philipp. Also okay, das ist eine Webseite mit diesem Inhalt und sie nutzen kein Tor. Das Einzige, was sie halt finden auf der Webseite als Kontaktadresse, ist diese E-Mail-Adresse. Von ByRiseUp gehostet? ByRiseUp gehostet. Sowas wie Gmx. Gmx oder Webding. In den USA eben. In den USA kommt man schwer ran, kann man schwer rausfinden jetzt, wer ist denn der wahre Inhaber hinter dieser E-Mail. Aber der Verein, völlig losgelöst davon, Zwiebelfreunde sammelt Geld für diesen Provider. Für RiseUp. Für RiseUp. Genau. Ja, bei dem diese E-Mail gehostet ist von der Webseite. Und deswegen sind sie nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen quasi geführt oder kommen in Frage und deswegen werden ihre Büroräume durchsucht. Genau. Genau. Genauso kariert, wie du jetzt guckst, Philipp. So kariert habe ich auch geguckt, als ich das gelesen habe. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal erstmal spannend, ist die Tatsache, dass man… Das wäre ja, wenn auf unserer Seite eine Gmx-Adresse stünde und wir würden, sagen wir mal, dubiosen, strafrechtlich vielleicht relevanten Inhalt publizieren. Genau. Und irgendwer anders hat einen Werbevertrag mit Gmx und unterstützt dadurch Gmx und dann würden sie dem die Büros durchsuchen, irgendeinem Werbekunden von Gmx. Und was haben die erhofft, da zu finden? Genau. Da wird es nämlich spannend. Also zunächst mal, rechtlich interessant ist an dem Fall, was vielleicht auch nicht alle Menschen wissen, man kann nicht nur bei Beschuldigten durchsuchen, man kann auch bei Zeugen durchsuchen. Hausdurchsuchung bei Zeugen oder im Gesetz heißt, ist von Dritten die Rede, sind grundsätzlich möglich, aber nur, also um Menschen zu verhaften, die sich in einer Wohnung verstecken. Klarer Fall, aber darum ging es hier nicht. Man kann sonst noch durchsuchen, bei Nichtverdächtigen zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände. Das heißt, man muss dann schon wissen, was man möchte. Entweder Spuren einer Straftat oder bestimmte Gegenstände. So. Und nur, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Spur oder die gesuchten Gegenstände sich auch in den Räumen befinden. Das sind die Voraussetzungen. Und da haben wir natürlich jetzt hier das Problem mit dieser extrem dünnen Verbindung. Also man kann sich schon wirklich die Frage stellen, ob in diesen Räumen der Zwiebelfreunde irgendwas zu finden sein könnte. Vielleicht noch Spenden für Rise Up. Klar, also die müssen ja irgendwie eine Buchhaltung haben für die Spenden. Das ist aber nicht strafbar. Und wenn ich nur weiß, wer für Rise Up spendet, weiß ich doch noch lange nicht, wer hinter dieser E-Mail-Adresse steht. Das würde ja bewegig. Da spenden aus Deutschland Tausende von Leuten. Die Verbindung ist extrem vage. Das heißt, selbst wenn man das komplette Spenderkonto von Rise Up beschlagnahmen kann bei den Zwiebelfreunden, erfährt man doch noch lange nicht, wer dieser Typ ist oder die Frau hinter dieser problematischen Website. Also schon die Idee, bei den Zwiebelfreunden irgendwas zu finden über diese Website, ist überhaupt nicht überzeugend. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt. Es ist ja ein enormer Eingriff. Das musst du mal überlegen. Also ich kenne aus dem privaten Umfeld, nicht bei mir selber, aber aus dem nahen privaten Umfeld, kenne ich Leute, bei denen mal Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Und die waren nachhaltig verstört. Also das war, das war dann auch noch zu Unrecht alles. Aber wenn da die Polizei kommt, unangemeldet mit mehreren Leuten, die nehmen dann komplette Bude auseinander, durchsuchen alles, macht von nichts halt. Und die Wohnung ist halb kaputt. Und die Wohnung ist halb kaputt. Und das ist also, das ist ein extrem verstörendes Ereignis, was die Betroffenen wochen und monatelang noch beschäftigt. Ja, da gibt es Leute, die müssen sich auf die Couch legen, nachdem die Polizei bei ihnen eingeritten ist. Und das muss man immer sagen. Das ist, weißt du, das ist bei, wenn man bei einem Drogendealer die Wohnung auf den Kopf stellt, mag das alles vielleicht noch angehen. Auch dann, finde ich, muss man nicht das Möbel zerschlagen, was leider ja auch ständig vorkommt, oder die Wohnungstür sprengen. Also diese Zugriffe haben schon so eine gewisse raue Qualität, sodass man sich, wenn man die Akten liest, häufig fragt, ging es da nicht darum, die Leute vor allem mal zu bestrafen? Frei nach dem Motto, man weiß ja nicht, was das Gericht daraus macht, aber wenn die Wohnung erstmal in Trümmern liegt, dann hat er sein Fett weg. Den Eino kann man manchmal bekommen. Das heißt dann immer so schön, die durchsuchungsbedingte, wie heißt das, durchsuchungsbedingte Unordnung. Genau, was aber ein Synonym ist für, kann quasi sanieren. Anyway, das war also schon das eine, es war extrem unwahrscheinlich, bei den Zwiebelfreunden irgendwas zu finden. Und das zweite ist, was ja ein Rechtsgrundsatz ist, der überall gilt im deutschen Recht, auch bei Durchsuchungen, die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Man muss natürlich schauen, gibt es ein milderes Mittel. Und bei Durchsuchungen ist der Klassiker die sogenannte Abwendungsbefugnis. Das heißt, man sagt, man darf nur dann durchsuchen, mit den dramatischen Folgen, die du gerade geschildert hast, Philipp, wenn das tatsächlich das einzige Mittel ist oder das letzte Mittel, das auch wirklich nötig ist. Häufig gibt es ja ein einfacheres Mittel. Und gerade wenn ich jetzt nicht gegen den Verdächtigen ermittle, sondern gegen Zeugen, dann kann ich den Zeugen ja zunächst mal auch einfach fragen, ob er die Unterlagen nicht freiwillig rausrückt. Das heißt also, wenn es jetzt tatsächlich darum ging, die Spenden an Rise Up aufzudecken, hätte man ja auch einfach die Zwiebelfreunde mal fragen können, liebe Zwiebelfreunde, gebt uns mal die Spenderliste. Hätten die natürlich nicht gemacht. Doch, na klar machen die das. Das ist totaler Standard. Natürlich mal, weil du doch genau weißt, wenn ich das nicht mache, stellen sie mir die Bude auf den Kopf. Und weil man das nicht will, aus den Gründen, die du genannt hast, Philipp, machen die Leute natürlich sofort, was die Behörden wollen, wenn die sagen, liebe Leute, gebt uns das mal raus, sonst müssen wir durchsuchen. Das ist zum Beispiel der Klassiker bei Banken. Du brauchst da ganz häufig in einem Ermittlungsverfahren irgendwie die Kontoauszüge von irgendeinem Beschuldigten. Und dadurch suchst du natürlich nicht die Volksbank, sondern da schickst du der Volksbank einen Fax und sagst, liebe Volksbank, wir hätten gerne die Kontoauszüge von dem Herrn so und so. Wenn sie uns die nicht geben, müssen wir leider durchsuchen. Was glaubst du, wie schnell die Kontoauszüge da sind? Ja, da will sich doch keine Bank durchsuchen lassen. Und warum ist das jetzt beunruhigend? Das ist deswegen beunruhigend, weil A, völlig unwahrscheinlich ist, dass man irgendwas finden konnte bei den Zwiebelfreunden und B, die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt wurde. Und da kann man sich fragen, warum passieren so viele Fehler in einem Ermittlungsverfahren, wo es eigentlich um Kinderkram geht? Also diese, diese mögliche Aufforderung zu Straftaten. Und da ist der Punkt, wo das Ganze beängstigend wird. Zum einen hat die richterliche Kontrolle völlig versagt in dem Verfahren. Also ich kenne die Akten nicht, das muss man immer dazu sagen. Aber nach allem, was über den Fall bekannt ist, gibt es nicht den geringsten Grund, dass man da hätte durchsuchen dürfen. Also ein Amtsrichter musste das unterschreiben, diese Durchsuche. Ja, na klar. Und da, also zumindest hätte eine Abwendungsbefugnis reingehört nach dem Motto, erst mal fragen, ob sie die Sachen freiwillig rausgeben. Dann hätte man aufschreiben müssen, was denn eigentlich genau gebraucht wird. Und stattdessen hat man den Leuten die komplette IT-Ausstattung weggenommen. Das sind größtenteils berufliche ITler. Das heißt, die stehen vor tausend von Euro Schaden. Einfach nur dadurch, dass die Geräte weg sind. Und dann kann man sich die Frage stellen, da wird es richtig gruselig, warum sind diese ganzen Fehler passiert? Ist das alles nur Zufall? Und ich persönlich glaube, und das ist auch die Sorge, die Zwiebelfreunde haben, das hat überhaupt nichts mit RiseUp zu tun. Das hat auch nichts zu tun mit dieser Website. Es geht darum, dass die Zwiebelfreunde eben TOR-Server betreiben. Und TOR ist nicht nur ein Netzwerk, das eben Dissidenten hilft, sondern TOR ist natürlich auch wie jedes Anonymisierungstool ein Tool, das man missbrauchen kann, um Straftaten zu begehen. Und man kann den Eindruck gewinnen, dass es der Polizei eigentlich darum ging, die Zwiebelfreunde platt zu machen, weil sie eben TOR-Server doof finden. Und das finde ich persönlich außerordentlich beunruhigend, wenn in einem Rechtsstaat in Deutschland alle quasi Kontrollmechanismen, die es gibt. Polizei muss sich eigentlich Gedanken machen, Staatsanwaltschaft muss sich Gedanken machen, spätestens der Ermittlungsrichter oder die Ermittlungsrichterin muss sich Gedanken machen. Die alle haben offensichtlich kein Problem damit, eine, sagen wir mal, fadenscheinige Begründung durchgehen zu lassen, um bei den Zwiebelfreunden massive Schäden zu verursachen. Und das finde ich bedenklich, denn da muss man sagen, weißt du Philipp, aber Rechtsstaatlichkeit stirbt einfach in kleinen Schritten. Ja, aber das ist die, was ich mich da frage ist, ich meine, man könnte ja sagen, okay, es sind, wir leben in der Bundesrepublik, 80 Millionen quietschbürger, es gibt eine Menge Amtsrichter, wo gehobelt wird Falschbäne. Das passiert einfach. Das ist kein, das ist ein dummer Fall, ja, viele Fehler gemacht, bürgerrechtlich fragwürdig, aber, ja, passiert halt. Aber warum passieren die Fehler denn hier? Und die, und warum, warum sagst du, dass die Fehler nur gelegentlich passieren? Wir haben jetzt mal einen vorausgegriffen, also, du hast du eben geschildert, aber gibt es denn Anzeichen dafür, dass, dass, sagen wir mal, auf dieser Ebene, ja, also Amtsrichter, Durchsuchung, Telefonabhören, ist ja auch sowas, ja, dass da sozusagen nicht nur die Anzahl steigt, sondern die Fehler steigen. Also ich finde, die Fehler, die in diesem Fall passiert sind, so war, also wir sind immer Vorsicht, wir kennen das nur aus der Presse, wir waren nicht dabei, diese Fehler, die da passiert sind, sind schon krass. Also wenn man ein Strafrechtspraktiker ist, fasst man sich wirklich an den Kopf, wie sowas passieren kann. Gerade das mit der Abwendungsbefugnis ist totaler Standard, das machst du bei jedem Zeugen, fragst du erst mal, ob er das nicht rausrücken will. Es sei denn, es gibt klare Indizien für eine Zusammenarbeit, aber die gab es ja nicht. Auch die Polizei sagt nicht, dass die Zwiebelfreunde irgendwie diese Website ins Netz gestellt haben. Also das ist schon, das ist schon ein krasser Fehler, das passiert eigentlich nicht. Und da muss man sagen, weißt du, diese Fehler passieren eben nicht gegenüber irgendwem, die passieren hier gegenüber einem Verein, der völlig legal ist. Auch die Polizei macht denen keine strafrechtlichen Vorwürfe, der aber was macht, was die Polizei doof findet, nämlich Torserver betreiben. Und das finde ich ist gefährlich, wenn in einem Rechtsstaat alle Sicherungen durchbrennen, wenn es gegen einen Verein geht, der irgendwie der Polizei nicht so richtig lieb ist, weißt du, dann wird es nämlich gefährlich. Und wir wollen doch in einer Demokratie Dissidenz. Du willst doch Menschen, die auch gerade das Handeln der Polizei kritisch beleuchten. Und wenn diese Leute dann systematisch, haben die ja nicht mal gemacht, die Zwiebelfreunde betreiben nur Infrastruktur. Aber, weißt du, wenn solche Leute, die der Polizei irgendwie nicht in Kram passen, wenn die so relativ willkürlich eingeschüchtert werden, wenn man denen die Wohnung auf den Kopf stellt, wenn man denen die Hardware wegnehmen kann, weißt du, das sind einfach Zustände, in die ich nicht möchte in Deutschland. Und was können die Zwiebel, wir können so Betroffene wie Zwiebelfreunde jetzt machen? Na, die können natürlich jetzt versuchen, erstmal ihre Hardware wiederzukriegen, die können Beschwerde einlegen gegen die Durchsuchung, die können Beschwerde einlegen gegen die Beschlagnahme, da gibt es schon alle möglichen rechtlichen Mittel und Wege, aber das wird nicht ganz einfach. Damage ist dann. Ja, Damage ist dann und das mit den Computern ist zum Beispiel auch das Nächste. Also ein Freund von mir ist Amtsrichter, der macht das ständig, der ist Gott sei Dank so ein bisschen IT-affin, der sagt, wenn Computer dürfen nicht beschlagnahmt werden, sondern Computer, dann muss die Festplatte kopiert werden. Da müssen die halt mit einer Festplatte aufmarschieren, die Polizei, und die direkt vor Ort kopieren und dann den Computer da stehen lassen. Ja, denn dass der Monitor keine Daten enthält, ist irgendwie klar, da gibt es überhaupt keinen Grund, den Monitor zu beschlagnahmen. Und es geht ja nicht um die Hardware, sondern es geht um die Daten. Und alles das ist nicht passiert. Man hat also systematisch hier den Schaden für die Zwiebelfreunde in die Höhe getrieben und das macht mir wirklich wirklich große Sorgen. Da geht es doch nicht mehr darum, irgendeine Website aufzuklären. Ja, das ist eigentlich ein klitzekleiner Fall, sondern hier geht es, jedenfalls ist das der Eindruck, der entsteht. Ich war ja nicht dabei. Ich kann nicht in den Kopf gucken, der handelnden Beamten, aber der Eindruck, der entsteht, ist es geht darum, einen irgendwie unliebsamen Verein kaltzustellen und das möchte ich eigentlich nicht in einem Rechtsstaat, solange die sich nicht strafbar machen. Letzter Punkt dazu, wenn man den Betreibern da von Zwiebelfreunden glauben darf, dann hat die Polizei, haben die handelnden Beamten da auch sehr einschüchternd sich geäußert. Nach dem Motto, passt bloß auf, wir haben euch auf dem Schirm und so. Es ging eben nicht um RiseUp, es ging nicht um die Website, es ging darum, dass man die Zwiebelfreunde nicht will, weil die eben Tor-Server betreiben und das ist nicht schön. Damit sind wir am Ende der Lage der Nation angekommen. Die Lage der Nation ist ausgiebig und ausführlich und abschließend beurteilt und analysiert, wie das hier immer so der gute Brauch ist, nach einer Sommerpause mit einer Maxi-Edition. Wow, 1,40 Philipp? Plus Bonus-Track. Wir haben ja die Pre-Show noch aufgenommen für die Plus-Abonnenten, die war so knapp 10 Minuten, also da sind wir bei 1,45. Wow, 1,35? Aber es, nee, nee, wir sind jetzt bei 1,55. Wow. Minus 10 sind es 1,45. Pi mal da rum. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, es gibt Kapitel, wenn euch einige Sachen zu lang oder zu komisch oder zu uninteressant oder vorkommen und ihr habt nicht die Zeit, das alles durchzuhören, skippt einfach zum nächsten Kapitel. Das geht wie beim Skippen bei Spotify mit einem nächsten Musik-Track. Zwei wichtige Hinweise haben wir noch. Der eine, wir freuen uns immer sehr über Kommentare zur Sendung. Also wenn ihr Lust habt, die Sendung zu kommentieren, unter lagedernation.org findet ihr unsere Website, dort könnt ihr kommentieren. Das klappt auch erfreulicherweise gut. Wir haben zu jeder Sendung 100 bis 200 Kommentare und da kommen klasse Diskussionen zustande. Wir freuen uns, wenn ihr da mitmacht. Genau, dazu vielleicht noch kurzer Hinweis. Sascha Lobe hat in diesem genannten Interview auch ein bisschen was zur Kommentarkultur in Podcast gesagt. Das fand ich ganz interessant, weil er ja bei Spiegel Online diese Kolumne schreibt und einen Podcast macht, in dem ausgewählte Kommentare ihm vorgelegt werden und er das in Podcastform beantwortet. Und da war die Frage, warum er das tut und was der Unterschied ist. Und er sagt, seiner Erfahrung nach, also er sei völlig überrascht gewesen, dass sich die Qualität der Kommentare sehr geändert hat und viel besser geworden ist im Vergleich zu, man macht das alles auf Textbasis im Blog und die Frage war, warum ist das so? Und er sagt, er glaubt, dass halt die Leute sich ernster genommen fühlen, weil sie merken, wie er sich damit auseinandersetzt in dem Podcast und dadurch angestachelt werden, sich selber mehr Mühe zu geben. Ja, das sehen wir ja auch. Und das ist halt auch ein Effekt, den wir hier sehen. Das sehen wir auch. Wir diskutieren ja auch durchaus den Textform mit. Wir zitieren aus den Kommentaren relativ viel. Insofern herzliche Einladung, lagedenation.org ist die Website, auf der ihr unsere Kommentare findet oder unsere Sendung findet. Das gilt übrigens auch für die Plus-Abonnentinnen und Abonnenten. Die Plus-Folgen kann man nicht als solche kommentieren, da bitte die normalen Folgen kommentieren, einfach weil wir gerne alle Diskussionen zusammenführen. Nochmal der Hinweis auf Lage Live am 6.9.20 Uhr tickets.küchenstut.io Genau. Könnt ihr euch ein Ticket klicken. Und letzter Punkt, wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung Spaß gemacht hat. Wenn das der Fall war, klickt uns doch ein paar Sternchen im iTunes-Store. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden auf iTunes und hilft uns deswegen natürlich auch dabei, dass die Sendung weiter so gut funktioniert. Dann noch ein Hinweis, küchenstut.io slash shop. Da gibt es unsere beliebten Schnürsenkel, hätte ich fast gesagt, T-Shirts, Hoodies. Ja, Lage Hoodies. Genau, Lage Hoodies. Oh, kostenloser Standardversand. Genau, also Versand ist natürlich immer irgendwie so ein Posten, aber der fällt zwischen dem 13.7. und dem 17.7. für euch weg, wenn ihr den Aktionscode SHIP4U eingibt. SHIP wie Englisch SHIF FOR wie die Ziffer 4 und YOU wie U. SHIP4U findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Bis dann, tschüss. Ciao.